Ich habe für sie spioniert und für sie gelogen, mich für sie in Lebensgefahr begeben. Alles angeblich zu dem Zweck, Lillipotters Sohn zu schützen. Nun erzählen sie mir, dass sie ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen haben. Das war ein Zitat von Severus Snape. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist schon wieder Severus Snape. In der letzten Folge haben wir schon über Severus Snape gesprochen. Da ging es um seine Kindheit und seine Jugend und die Zeit als junger Erwachsener. Und in dieser Folge geht es jetzt um Snape in der Zeit, wo Harry in Hogwarts ist. Bis zur Schlacht von Hogwarts. Und wer die erste Folge noch nicht gehört hat, der sollte da vielleicht zuerst reinhören. Genau. 1991 wird Harry Schüler in Hogwarts. Und bevor wir hier jetzt einsteigen in dieses erste Schuljahr von Harry, habe ich mir gedacht, Snape wusste der, wusste natürlich, okay, Harry kommt nach Hogwarts. Aber wurde das irgendwie im Lehrerzimmer besprochen? Und wenn, dann stelle ich mir Snape so vor in so einer Lehrerkonferenz. So, ja, und der berühmte Harry Potter startet jetzt. Wir werden hier das und das an Vorkehrungen treffen. Oder ich briefe euch jetzt. Also so ein Dumbledore könnte das ja getan haben. Und wenn es so wäre, denke ich, würde Snape einfach nur so da sitzen. So mit eingefallenen Schultern. So leicht die Augen verdrehen. Und so ein... Also Snape hat es auf jeden Fall gehasst. Genau. Das denke ich nämlich auch, dass er es richtig kacke fand. Und so wahrscheinlich bis zum Schluss gehofft hat, dass auf dieser blöden List Harry Potters Name einfach nicht auftaucht und er einfach ein gechilltes Hogwarts-Leben führen kann. Also mal davon abgesehen, dass ich nicht glaube, dass es eine Konferenz gab, jemals in Hogwarts, stelle ich mir das ähnlich vor. Weil ich meine, es muss ja auch einfach schrecklich für ihn sein. Weil Lillys Sohn ist jetzt plötzlich in Hogwarts und er sieht ihn jeden Tag. Und leider sieht Harry ja James sehr ähnlich. Und dann gibt es dann ja noch Lillys Augen, die Harry ja geerbt hat. Und die erinnern ihn dann auch noch jeden Tag an seinen Verrat an Lillys. Also ich glaube, alleine dieses Kind zu sehen, bereitet ihm schon sehr viel Schmerz. Ja, das stimmt. Und dann hat er ja auch noch versprochen, Harry zu beschützen. Komme, was wolle. Und dieser Junge hat dann ja auch noch die Angewohnheit, sich ständig in Gefahr zu bringen. Also seine Begeisterung wird sich tatsächlich in Grenzen halten. Ich glaube auch, bevor das Schuljahr startet, dass es klar ist, dass dieser Stein der Weisen, der ja von Nicolas Flamel hergestellt worden ist, beschützt werden muss. Das heißt, die haben ja schon bevor die Erstklässler kommen, wahrscheinlich da einiges zu tun. Ich denke schon, dass die über Dinge reden manchmal. Also die können nicht immer alles nur spontan machen. Und der Stein der Weisen wird ja dann aus Gringotts, aus dem Verlies geholt. Und Dumbledore lässt ihn so nach Hogwarts bringen von Hagrid. Snape zum Beispiel baut ebenso wie die anderen Lehrer einen Schutz ein, um diesen Stein zu schützen. Und das ist eigentlich ganz spannend für die, die die Bücher nicht gelesen haben, weil in den Filmen ist ja nur Fluffy da, dann diese Teufelsschlinge von Professor Sprout. Dann haben wir noch die Schlüssel. Die Schlüssel, genau, die fliegenden Schlüssel. Von Flitwick. Genau, und dann das Zauberschach. Und den Spiegel. Ja, genau. Aber Snape baut so eine Logik-Zaubertränke-Rätsel ein. Das wird dann so gesagt wie, die eine Flasche bringt dich sicher durchs Feuer nach vorne. Eine Flasche bringt dich zurück und dann irgendwie zwei sind gleich und tun dir nichts. Und dann musst du halt irgendwie, die rechte von der, die macht das und die dickste ist so. Und du musst nur eigentlich die richtige Flasche finden und dann… Kommt man weiter. …passiert dir halt nichts, wenn du durch das Feuer gehst quasi. Das ist halt eigentlich mega cool und super komplex und eigentlich auch mit die schwierigste Aufgabe, würde ich sagen. Ich finde es auch ziemlich knifflig, aber, also ich meine, für mich, ich meine, ich war auch natürlich ein Kind, ich habe es natürlich auch schon mal versucht, das zu lösen. Aber wenn du die Tränke nicht vor dir hast, dann ist das eigentlich nicht zu lösen, weil du nicht weißt, wie die aussehen. Man kann die sich ja mal aufmalen. Und dann gab es aber, glaube ich mal, so ein Rätsel auf irgendeiner Seite damals, ganz früher bei J.K., noch weit vor Pottermore. Da konnte man das, glaube ich, auch lösen. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich bin dann auch zu ungeduldig für so Rätsel und so, Knobeleien. Aber ich meine, grundsätzlich kann das ja jeder intelligente und logisch denkende Mensch lösen. Zum Beispiel ja auch eine begabte Erstklässlerin. Hermine. Aber ich finde es auch ziemlich schwierig und auch zeitaufwendig, weil du dich ja auch wirklich damit beschäftigen musst. Also das, keine Ahnung, manche mit der Teufelschlinge oder so, es geht ja ratzfatz, bist du da durch. Und das ist wirklich was, genau wie das Zaubererschach natürlich auch. Das ist einfach zeitintensiv und dadurch ja auch schon hinderlich. Ja, wobei beim Zaubererschach, wenn du Schach beherrschst, dann sollte es eigentlich nicht so ein krasses Problem sein. Also ich glaube, ich wäre spätestens beim Zaubererschach aufgeschmissen. Nee, ich meine nur, dass es halt lang dauert. Bei der Teufelschlinge machst du halt ein Lumos oder ein Feuer quasi und bist da durch. Und bei dem Zaubererschach, das musst du ja erstmal besiegen. Das sind ja schon ein paar Schachzüge, die da ausgeführt werden. Und du musst halt überlegen, wenn du ein guter Sucher bist, so wie Harry, hast du halt auch schnell den Schlüssel. Ja, klar. Das ist eigentlich auch kein Problem. Ach, diese drei vom Trio, die ergänzen sich perfekt. Das ist einfach mega gut. Also das ist wirklich fantastisch. Naja. Ja, Snape findet das goldene Trio jedenfalls weniger cool. Im Gegenteil, Snape findet Harry direkt von Anfang an zum Kotzen und das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Und bei Harrys erster Begegnung mit Snape, bei der Einschulung quasi mit dem sprechenden Hut, da schmerzt dann ja auch seine Narbe. Ja, klar, weil Snape neben Querelle sitzt und die sich unterhalten und sich in Querelles Turban ja schon Voldemort befindet. Aber ich habe auch eine Theorie gelesen, dass der Horcrux in Harry vielleicht auch Snapes Liebe zu Lily spürt und deswegen sich die Narbe bemerkbar macht. Ja. Ne, von wegen, oh, Lillys Liebe war ja schuld, bla bla bla. Ja, aber ich meine, finde ich auch ein bisschen sehr gut, weil sonst müsste es ja jedes Mal so sein. Eben. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen für den Leser. Snape ist böse, soll uns hier gesagt werden. Ja, und Snape ist ja auch total düster und eigentlich, er sieht ja null einladend aus. Man hat ja auch wirklich jetzt keine Lust, also wahrscheinlich hofft Harry auch die ganze Zeit, hoffentlich wird das nicht mein Lehrer, hoffentlich wird das. Ja, doch, es wird Harrys Lehrer und die erste Unterrichtsstunde ist ja dann auch mal richtig kacke, also für beide eigentlich, weil Snape es ja auch kaum aushalten kann. Also ich glaube, bei Snape ist es ja nicht nur dieser Berühmtheitsstatus, den Harry hat und aber auch nicht nur, dass er aussieht wie sein Vater und seine Mutter und irgendwie er, Snape ja diese Verbindung zu den beiden hat, sondern es ist bestimmt auch einfach nur dieses kleine Wesen, was für ihn eine Bedeutung hat, die er aber hasst und irgendwie ist alles kacke. Also es kommt in diesem Moment wirklich alles zusammen. Und außerdem hasst er Gryffindors sowieso. Ja, genau, also es sind so viele Dinge, die da zusammenlaufen, also Harry und Snape haben einfach absolut keine Chance auf einen guten Start. Ja, und bei dieser ersten Unterrichtsstunde, das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Deutung, die die hat. Ich meine, er ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr leidenschaftlich für Tränke und es wird ja auch sehr klar, wie autoritär er gegenüber der Klasse ist, also die Stimmung wird direkt deutlich. Aber er schafft es ja, das hatten wir ja in der ersten Folge schon gesagt, ja überhaupt nicht diesen Funken, diese Begeisterung, die er für Zaubertränke hat, zu übertragen, sondern direkt am Anfang verbreitet er eher Angst und Schrecken. Er stellt Harry dann ja so total fiese Fragen zu Zutaten und Gegenmitteln, so von wegen, was bekomme ich, wenn ich einen Wermutsaufguss geriebene Aphodilwurzel hinzufüge? Woher soll Harry das wissen? Aber woher weiß Hermine das, ja? Ja, die hat schon alle Bücher geliehen in der 7. Klasse. Es ist ein bisschen übertrieben, weil das sind ja schon sehr, sehr konkrete Fragen. Finde ich nämlich auch. Es sind ja auch noch ein paar andere dabei. Gerade in der ersten Frage versteckt sich ja so eine kleine Botschaft und mithilfe der viktorianischen Blumensprache lässt er sich nämlich mit Ich bedauere Lillys Tod sehr übersetzen, weil Aphrodil ist eine bestimmte Lilienart und das lässt sich gemäß der viktorianischen Pflanzenkunde mit Meine Reue folgt dir ins Grab übersetzen und Wermut dagegen wird mit Trauer und Tod gleichgesetzt. Und somit hat Snape quasi Harry indirekt eine kleine Botschaft gesendet, die Harry natürlich nicht versteht. Ich muss kurz dazu sagen, das ist so ein JK-Ding. Wenn man Snape ganz konsequent durchziehen würde, würde er das ganz sicherlich nicht machen. Der offenbart sich doch nicht. Und vor allem im ersten Teil ist das noch ganz komisch. Also es ist einfach richtig, da frage ich mich immer, als ob er das machen würde, als ob der auch so diese Art von Liebeskummer, nenne ich das jetzt mal, da in die Welt tragen würde. Und man könnte ja davon ausgehen, dass so Schüler wie Hermine sowas dann auch verstehen würden. Also das kann ja immer mal sein, einer unter tausend. Ja gut, aber keiner weiß ja dann vielleicht oder zumindest Hermine nicht, dass Lily Harrys Mutter ist oder so. Aber Hermine würde doch diese Situation nicht vergessen und sich spätestens in ihrem fünften Schuljahr mal daran zurückerinnern. Ach ja, Snape blieb wohl Harrys Mutter. Ach, ich weiß nicht. Also aus literarischer Sicht verstehe ich es. Ich finde es auch, es ist schon sehr, sehr kitschig auch. Ja, ich finde es ist so ein ganz witziger Hinweis so für die Leser dann im Nachhinein. Weil es natürlich auch am Anfang so auch keiner geschickt hat. Ja eben, natürlich nicht. Aber ich meine, er gibt ja auch noch einen anderen wichtigen Hinweis. Er sagt ja dann noch von wegen mit dem, wo man den Besoir findet, der gegen Gifte hilft. Und daran erinnert sich dann Harry ja glücklicherweise im sechsten Teil, als Ron vergiftet wird. Genau, ja Gott sei Dank. Also auch, wow, diese Stunde muss wirklich sehr einprägsam gewesen sein. Vor allem ist das ein echt krasser Callback, weil man sich überlegt, so erster Teil, der noch nicht so rund ist. Ja, die erste Stunde so, das ist total crazy. Der hat wahrscheinlich gar nichts vergessen, was in dieser Stunde passiert ist. Ja, aber ich meine, Snape beweist ja auch, was für krasse Skills er hat. Weil als Nevels Trank dann schief geht, weiß er sofort, was Nevel falsch gemacht hat. Und dann sind das ja so Kleinigkeiten. Also er hat dann irgendwas hinzugegeben, noch bevor er den Kessel vom Feuer genommen hat. Ja, genau. Also nur eine falsche Reihenfolge und sowas. Wo man sich eigentlich denkt, das ist ein Lappalie, ja. Und ja, das sieht er dann direkt mit einem Blick und beschuldigt dann netterweise Harry, dass er ja Nevel hätte zurechtweisen müssen. Natürlich hätte Harry das machen müssen, klar. Klar, ist alles Harrys Schuld. Natürlich, ist es. Naja, aber neben dem Quälen von Schülern hat er ja noch eine viel wichtigere Aufgabe aufgetragen bekommen. Er soll Cruella im Blick behalten, auch wenn keiner weiß, dass Voldemort gerade so nah ist. Ja, ich frage mich auch immer, also kommt er den einfach nur merkwürdig vor oder was vermutet er oder was vermutet Dumbledore denn da? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich meine, wenn Snape weiß, dass Cruella ein Todesser ist und im Auftrag Voldemorts arbeitet, wieso handeln die dann nicht konkreter? Und wieso lässt Dumbledore das alles überhaupt geschehen? Das weiß ich auch nicht. Man hätte sechs weitere Bücher verhindern können. Ja, das stimmt. Weil Voldemort hat ja auch gar keine richtige Kraft und er kann ja nicht mal alleine leben. Das haben wir in Voldemorts Folge oft genug gesagt. Man hätte das bestimmt gut bekämpfen können. Ja, und dann ist das alles so komisch. Also Snape stoppt Cruella dann ja zum Beispiel davor an Fluffy vorbeizukommen. Und dabei wird er dann selbst gebissen. Also ich erkenne da überhaupt nicht die Logik. Wie hat er denn da Cruella vor gestoppt? Also es waren die dann zusammen in diesem Raum und haben gerungen miteinander. Genau, und dann kam Fluffy und hat mal ein bisschen gebissen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie das passiert ist. Aber ich glaube einfach, im ersten Teil soll Snape wirklich noch wirken wie ein Bösewicht. Ja. Weil es hatten wir auch schon gesagt, er arbeitet daraufhin ja mit Filch zusammen und lässt sich seine Wunde da verarzten. Genau. Und witzig finde ich auch, dass Harry seinen Besen verwettet, dass Snape es war, der den Troll ins Schloss gelassen hat. Stimmt ja aber gar nicht. Also schuldet uns Harry noch ein Nimbus 2000. Ja, ich finde es auch eigentlich relativ witzig oder ziemlich cool gemacht eigentlich, dass man als Leser ja wirklich die ganze Zeit denkt, dass Snape das Problem ist. Aber so nach diesen ganzen sieben Büchern muss ich einfach lachen über das erste Buch, weil ich mir denke, boah, wie blöd man einfach ist, weil Snape einfach alles irgendwie versucht zu verhindern. Man ist so voreingenommen von Harrys Sicht, ne? Ja genau, man ist ja die ganze Zeit mit Harry. Also Harry checkt gar nichts leider. Na gut, man muss dazu sagen, er ist elf Jahre, er ist ganz neu, er versteht das alles nicht. Er hat keinerlei Vorwissen, er hat ja auch nicht gelesen, wie wir wissen. Ja und Snape ist wirklich dubios, das kommt ja noch dazu. Der ist ja jetzt nicht ein Flitwick, von dem man das jetzt vielleicht nicht verhindern würde, sondern er wirkt natürlich schon auch böse. Snape versucht dann ja auch Harry beim Quidditch zu retten, als Crewelle da den Besen so verzaubert oder verhext. Auch hier zieht Hermine jetzt die falschen Rückschlüsse und glaubt, dass Snape das alles lenkt, weil Snape ja den Blickkontakt zum Besen hält, um eben diesen Verzauberung des Besens irgendwie zu stoppen. Also schlängelt sie sich dann zur Lehrertribüne und zündet Snapes Umhang an und dadurch unterbricht erst, also der Augenkontakt von Snape zu Harry. Aber Hermine stößt ja dann Crewelle versehentlich um und deshalb bricht auch da der Augenkontakt ab und Harry ist gerettet. Aber auch da denkt man die ganze Zeit wieder so, man überliest das mit Crewelle einfach die ganze Zeit. Man denkt auch wieder, ach Snape. Ja, es ist schon echt verrückt und das Geile ist ja, dass danach Snape Schiedsrichter wird, um noch so eine Situation zu verhindern. Dann dachte ich mir auch so, excuse me, seit wann ist Snape eigentlich der große Quidditch hält? Und wieso kann eigentlich Madame Hooch nicht vorbereitet werden? Die hätte man ja auch mal irgendwie briefen können und sagen können, hier, da müssen wir ein wachsames Auge drauf haben oder so. Ja, die Lehrer finden es ja auch irgendwie ein bisschen komisch und denken die ganze Zeit, dass Snape total parteiisch sein wird. Ja, ist ja auch normal und dann frage ich mich so, wenn die doch eh wissen, es ist cool, wieso wird er dann nicht ausgeladen von so einem Spiel oder dem wird dann so scheinheilig irgendeine andere Aufgabe verpasst oder so. Ja, genau. Du musst die Bergtrolle im Kerker pflegen oder so. Das kannst nur du. Ja, dann, also ich glaube, da gäbe es viele Auswege. Ja, nee, nee, stattdessen ist Snape dann Schiedsrichter und Harry fängt super schnell den Schnatz und Snape ist ja dann total sauer, weil er wollte, dass natürlich Gryffindor verliert und deswegen spuckt er nach dem Spiel verbittert auf den Boden. Ja, gute Reaktion. Und parteiischer geht es gar nicht mehr als Schiedsrichter. Und was ist das eigentlich für ein Assi-Move? Macht er da einen auf Poldi oder was? Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen jetzt plötzlich so sportaffin, ja, von McGonagall wissen wir das ja, aber von Snape, das ist jetzt das erste und das letzte Mal, dass der was mit Quidditch am Hut hat. Also so richtig am Hut. Der mischt sich nie wieder so sehr ein. Nee, das ist auch, also wer kommt überhaupt auf die Idee zu sagen, ja, hey, wir brauchen irgendwie mal einen anderen Schiedsrichter, jemand, der magisch auch was drauf hat. Ja, komm, nehmen wir Snape. Ja, hey, der hätte eher Flitwick nur auf den Besen gesetzt. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Weißt du, der ist Flitwick, ja, oder Professor Sprout, die ist doch super fair. Ja, oder es hätte ja auch einfach gereicht und es ist ja auch das, was letztendlich reicht, dass Dumbledore zu dem Spiel kommt und zuguckt. Ja, ich weiß es auch nicht. Naja, aber nach diesem Spiel kommt ja die geilste Szene überhaupt und ich bepisse mich, wenn ich darüber nachdenke, was da jetzt passiert. Harry sieht ja nach dem Spiel, wie Snape sich in den verbotenen Wald stiehlt und das denkt er sich so, ah, das kommt mir dubios vor, ich muss ihm folgen und dann steigt er auf seinen Besen, das ist ja ein Bibi Blocksberg. Und er landet dann im verbotenen Wald auf so einem Baum, klettert da auf einen Ast und beobachtet dann Snape und Querelle, die sich da ja anscheinend getroffen haben. Weil Snape ja sagt, ja, die Schüler sollen ja nichts vom Stein erfahren. Also es ist eigentlich nur, damit Harry so ein paar Infos nochmal bekommt, aber die Situation ist völlig absurd. Und er fragt Querelle dann, ob er schon herausgefunden hat, wie er an Fluffy vorbeikommt. Also warum sollte er das fragen? Das ist super strange, warum sollte Querelle ihm antworten? Sie haben ihm, also laut deiner Theorie am Anfang, haben sie ja schon miteinander gerungen, um an Fluffy vorbeizukommen. Also ist dieses Gespräch. Aber sag ich doch nicht, hey Querelle, lass mal treffen und dann hast du es schon geschafft. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Querelle stottert dann nur so rum und Snape sagt, sie wollen mich doch nicht zum Feind haben. Ja, hat er doch schon. Die sind doch null auf der gleichen Seite. Ja, das ist halt, das ist wirklich das erste Buch. Das ist wirklich, das ist einfach noch nicht rund. Ich glaube, J.K. wusste noch nicht konkret, wie vielschichtig Snape am Ende sein wird und wie das alles zusammenpasst. Deshalb ist auch wie, das ist ja, der erste Band, auch aus Voldemorts Sicht, ist ja richtig strange. Und jetzt auch aus Snape-Sicht ist es einfach richtig strange. Fragt er ihn nicht auch irgendwas, was er mit dem Stein der Weisen vorhat? Fragt er das nicht auch noch so komisch? Am Ende sagt er auf jeden Fall noch so von wegen, ja, wir sprechen bald wieder und solange hast du noch Zeit zu überlegen, gegenüber wem du verpflichtet bist. Also es ist irgendwie... Also wenn man weiß, was Snape für eine Rolle spielt und was Querelle für eine Rolle spielt, macht diese Unterhaltung überhaupt keinen Sinn. Die hätte man eigentlich am Ende, als man das Buch dann kennt als Lektor, hätte man das streichen müssen. Das ergibt null Sinn. Es ist einfach nur, damit Harry nochmal mitbekommt, der Stein ist da, man muss an Fluffy vorbeikommen. Und es wirkt halt so, als würde Snape Querelle beauftragen, das für ihn herauszufinden. Ja, genau. Das ist aber total strange. Das ist wirklich total strange. Es wirkt auch irgendwie so, als würde man dann nochmal versuchen, als Leser Querelle als jemand Gutes darzustellen, der quasi nur der Handlanger ist. Genau. Aber das stimmt ja auch so gar nicht. Also ich weiß nicht. Die Darstellung ist okay. Also dass man irgendwie zeigt, okay, Snape setzt ihn irgendwie unter Druck oder beobachtet ihn oder Querelle hat Angst vor Snape oder so. Diese Relation finde ich ja noch irgendwo verständlich. Aber diese Unterhaltung macht einfach überhaupt keinen Sinn. Der Dialog selber, genau. Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist wirklich. Und das Geilste finde ich auch, wie Harry dann da mit seinem Besen über den Wald fliegt und in so einem Ast landet. Was ist das? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Genau, es ist einfach wie Bibi Blocksberg. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich richtig crazy. Ich habe das alles total vergessen, muss ich ehrlich dazu sagen. Und als ich das nochmal gelesen habe, fliegt mit seinem Besen, dachte ich mir so, der fliegt doch jetzt nicht ernsthaft mit seinem Besen. Ich habe das dann nochmal nachgelesen. Das ist wirklich so, da ist Snape, ich muss hinterher. Komm, Kartoffelbrei. Hex, hex, bling, bling. Das ist wirklich geil. Ja. Für Snape endet das erste Jahr mit Harry natürlich nicht sehr positiv. Erst sieht es zwar so aus, als würde Slytherin den Hauspokal gewinnen, aber durch die Heldentaten des goldenen Trios und auch Neville, wohlgemerkt, ändert sich das natürlich und Gryffindor gewinnt. Ich finde es ganz witzig eigentlich. Und mit so einem gezwungenen Lächeln schüttelt er dann ja auch noch McGonagall so gratulierend die Hand, so ganz artig, als Gryffindor dann offiziell zum Gewinner des Hauspokals gemacht wird. Aber ich denke mir auch so, also, na gut, ich finde es gut, dass er auf Etikette achtet, dass er dann doch irgendwie ein Fairplayer ist. Aber dieses gezwungene Lächeln, ich stelle mir das so gut vor, ist einfach richtig witzig. Ja, und das schürt natürlich seinen Hass noch mehr auf die Gryffindor. Ja, total. Ja, aber so kann es kommen. Das ist es einfach. Zu Beginn des zweiten Schuljahres erfährt Snape ja dann durch den Abendpropheten davon, dass Harry und Ron mit dem Ford Anglia, diesem verzauberten Muggelauto, durch die Weltgeschichte geflogen sind. Und das ist natürlich verboten. Das Geile ist ja, dass Harry und Ron, nachdem sie da in der Peitschenweide gelandet sind, die laufen irgendwie an einem Fenster vorbei von der großen Halle und dann sehen die von da aus irgendwie, dass Snapes Platz am Lehrertisch leer ist. Ja. Und dann stellen sie Vermutungen auf, so von wegen, ah, vielleicht ist er ja krank, ah, vielleicht hat er gekündigt, nee, vielleicht wurde er rausgeschmissen, ha, ha, ha. Ja, und Snape hört das halt alles, weil er irgendwie hinter denen ist und sagt dann so, ja, nee, ich habe halt nur drauf gewartet, zu hören, warum sie nicht mit dem Zug gekommen sind. Das ist halt auch richtig geil. Also er fängt sie richtig ab und er ist auch richtig angepisst und verweist ja nochmal auf dieses Geheimhaltungsabkommen und dass man der Schule verwiesen werden kann und bla bla. Und er hat auch Recht in diesem Moment. Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Ich finde, der ist zu Recht wütend, weil das ist total dumm gewesen, diese Aktion. Ja, es geht halt wirklich gar nicht, aber dann sagt er ja noch sowas wie, ja, die wertvolle Peitschende Weide wurde beschädigt. Ich meine, mein Gott, er mag diese Peitschende Weide doch auch nicht, die er erinnert, ihn doch an die Rumtreiber. Würde ich auch sagen. Also das ist doch irgendwie nur Quatsch. Ja gut, aber ich glaube, er muss es einfach ein bisschen rechtfertigen und da finde ich, hat er schon Recht. Das ist Schuleigentum, er ist jetzt Lehrer, ja, er muss diesen Schulapparat, ja, beschützen und da finde ich also schon okay, dass er so argumentiert. Und er überlässt die Jungs ja dann McGonagall. Ja, gezwungenermaßen, ne? Ja, genau. Und statt einem Schulverweis kassieren Harry und Ron nachsitzen und diese Strafe, die sie dann bekommen, erachtet Snape natürlich als zu mild und um sich quasi auch nochmal zu revanchieren, lässt er dann das Slytherin-Quidditch-Team trainieren, obwohl die Gryffindors eigentlich dran gewesen wären. Und als Ausrede nimmt er, dass Draco der neue Sucher wird und mittrainieren muss, um eingeführt zu werden und das ist natürlich total beschissen fürs ganze Gryffindor-Team und findet er wahrscheinlich witzig. Ja, das stimmt natürlich. Also win-win, er hat einen neuen Sucher mit neuen Besen und alles ist cool. Er kann so direkt doppelt den Gryffindors schaden. Um den Plan vom Viel-Saft-Trank in die Tat umzusetzen, schafft das Goldene Trio ja dann die Zutaten für den Viel-Saft-Trank aus Snapes persönlichen Vorräten zu stehlen und sie schaffen das, indem sie Chaos im Unterricht verursachen. Und das hasst Snape natürlich bis aufs Blut. Und ich habe mir gedacht, oder es ist so, durch Legilimens weiß Snape doch safe, was die vorhaben. So, wenn man so von oben herab auf diese Situation blickt. Snape kann Harrys Gedanken durchschauen, weiß, was der Plan ist und muss trotzdem tatenlos zugucken, was da passiert. Und dann, weißt du, dann ist der, also wenn er nicht so verbohrt und so verbittert wäre, dann würde ich mich todlachen, was diese Kinder da für einen Aufwand betreiben, um an meine Zutaten zu kommen. Ich finde es ziemlich witzig, muss ich sagen. Ja, es ist ja wirklich sogar so, dass Harry das Gefühl hat, als würde Snape seine Gedanken lesen. Ja. Also, es ist ja eigentlich relativ klar schon. Aber andererseits finde ich es auch wieder lustig, weil praktischerweise hat Snape ja wieder selbst in seinem Unterricht den Vielsaftrank erwähnt, sodass Hermine ja überhaupt auf die Idee kommt, ihn zu brauen. Also hier hat er natürlich auch wieder sich ins eigene Bein geschossen quasi. Das stimmt. Was ich auch lustig finde, ist, diesen verhexten Besen im ersten Teil hat Snape ja total als Gefahr gesehen und als seine persönliche Aufgabe, um Harry davor zu beschützen. Ja, und da wollte er noch Harrys Leben retten. Aber bei diesem Klatscher, den Dobby verflucht hat, da scheint das jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Das interessiert ihn dann irgendwie nicht mehr so sehr. Naja, weil er vielleicht weiß, dass Harry Hart im Nehmen ist und sich denkt, so ein bisschen eine kleine Abreibung hat der Junge verdient. Ich wollte gerade sagen, den Klatscher finde ich fast schlimmer. Das ist es ja auch. Aber dann startet ja der Duellier-Club von Lockhart und Snape macht mit, wo ich mich auch frage, ist Snape, also ist der dazu gezwungen worden? Hätte das nicht irgendwie ein anderer Lehrer machen können? Also Snape hat sich doch nicht als erster freiwillig gemeldet. Ich weiß auch nicht, warum er das macht. Ja, vor allen Dingen, weil der ja Lockhart gar nicht leiden kann. Da verbringst du doch nicht deine Freizeit damit. Nee, und dass das eskaliert, das war ja auch irgendwie klar, wenn das Lockhart und Snape beaufsichtigen. Das ist wirklich super strange. Ich finde es richtig abgefahren, die Situation. Snape bringt ja immerhin den Schülern Expelliarmus bei und das wird ja später dann Harrys Signature-Move. Das stimmt, ja. Also vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ja. Allerdings, als er das vormacht, schleudert er damit Lockhart ja von den Füßen. Ja, genau. Okay, ich dachte, der entwaffnet nur, aber dann scheint Snape wirklich super duper powerful zu sein. Ja, oder Lockhart ist super duper unpowerful und kann nicht mal so einem Entwaffnungszauber entgegenwirken. Ja. Körperlich, ja. Also das, weil eigentlich ist der Entwaffnungszauber ja so, beide stehen sich gegenüber, du so machst Expelliarmus, der Zauberstab fliegt im besten Fall dir direkt in die Hände. Aber wahrscheinlich auch nur, wenn du ein guter Zauberer bist. Wenn du ein halbwegs guter Zauberer bist, kannst du den entwaffneten Zauberstab nicht kontrollieren und er fliegt irgendwie links oder rechts oder sonst wohin. Und da musst du halt noch suchen gehen. Ja. Das ist auch so ein bisschen würdelos, ehrlich gesagt, aber so stelle ich mir das vor. Aber vielleicht ist Lockhart halt auch wirklich so ein schlechter Zauberer, dass der eben auch so einem Zauber nicht standhalten kann, dass es nicht an Snapes krassen Skills liegt, sondern wirklich nur an den Nicht-Skills von Lockhart. So stelle ich mir das immer vor. Eine Mischung aus beidem vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Es wird dann ja übrigens noch beschrieben, dass Snapes Gesicht einen mörderischen Ausdruck bekommt, als er gegen Lockhart kämpft. Das hatten wir ja auch schon mal in Lockharts Folge, glaube ich. Besonders geil ist ja dann, die werden ja dann in so Grüppchen eingeteilt, die Schüler. Und bei dem Übungsduell von Draco und Harry, da belegt Draco Harry mit Tarantalegra. Das stimmt. Und Harry belegt Draco mit dem Kitzelfluch. Das heißt, der eine tanzt und der andere lacht. Das ist doch so lustig. Warum haben sie das nicht in den Filmen ein? Die bauen überall so komische Witze ein. Letztens habe ich den dritten Teil geguckt und Trelawney in der Wahrsagenstunde sagt Trelawney sowas von irgendwas mit Sehen. Also, dass sie irgendwas sehen kann, läuft und läuft gegen ihren Tisch. Das sind so Situationen. So Slapstick. Genau, da musst du halt so schmunzeln. Aber wie geil wäre das, wenn die mal so die Comedy, die J.K. erfunden hat, benutzen würden. Also, das wäre doch mal was Cooles. Und Tarantalegra würde ich gerne mal sehen. Ja, das wäre echt wirklich der Knuller gewesen. Richtig witzig. Ja, aber Draco hetzt dann ja diese Schlange auf Harry. Nachdem Snape ihm das ja ins Ohr geflüstert hat. Ich weiß auch gar nicht, ist das Magie, die Zweitklässler benutzen? Ich glaube nicht. Es kann wahrscheinlich nur Draco, weil der halt ein Zauberer-Kind ist. Also, ich glaube, du kannst nicht einfach mal eben aus dem Nichts eine Schlange im zweiten Schuljahr. Vielleicht haben die das schon mal privat geübt. Ja, müssen sie ja, weil ich meine, die anderen tun sich schwer, einen Kelch in eine Ratte und andersrum zu verwandeln. Ja, also, weiß ich nicht. Deshalb ist es halt einfach crazy, dass das passiert. Und Snape ist einfach auch super misstrauisch wegen Harrys Parselkönnen. Aber Snape löst die Situation dann auf und lässt die Schlange verschwinden, die Draco da heraufbeschworen hat. Ja, und Lockhart merkt natürlich nicht, wie sehr Snape ihn eigentlich hasst. Und er schlägt den Schülern dann ja an Valentinstag vor, dass sie doch Snape fragen sollen, ob er nicht einen Liebestrank braun kann. Das ist wirklich herrlich. Snape erstickt natürlich diesen Wunsch sofort im Keim. Und ich kann es verstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich getraut hat. Bestimmt hat irgendeiner das, als ob so ein Ernie McMillen oder so nicht doch mal gefragt hat mit so einer großen Klappe. Ehrlich. Ich glaube schon, dass irgendeiner gefragt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht getan haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber der Hass an Lockhart, den lässt er dann ja endgültig raus, als Ginny in die Kammer des Schreckens entführt wird. Und Snape schlägt dann nämlich vor, Lockhart hätte doch eh die ganze Zeit gewusst, wo die Kammer ist oder wo das Monster ist. Und jetzt wäre sein großer Moment gekommen. Ja, und das ist so lächerlich. Das haben wir in Lockharts Folge gesagt. Ich glaube, wir haben es in Dumbledores Folge gesagt. Warum? Jeder weiß, dass er eine Null ist. Warum? Und jeder weiß, dass... Einfach nur, um ihn loszuwerden, um ihn zu erblößen. Aber es ist der falsche Moment. Es ist wirklich. Warum auf Kosten von Ginny? Eben. Ich weiß es auch nicht. Was ich mich aber auch in dem Moment frage ist, Ginny ist ja auch rothaarig, ne? Wie Lilly. Da ist ja auch immer so die Theorie genau, dass er vielleicht Ginny deswegen nicht ganz so schlimm behandelt, wie die anderen Gryffindors und so, weil sie ihn so ein bisschen an Lilly erinnert. Aber im Grunde müsste dann ja jede Rothaarige. Wobei Ginny und Lilly ja auch theoretisch beide tough sind und Quidditch mögen und sowas. Aber ja, finde ich auch schwierig. Aber Ginny ist im zweiten Teil alles andere als tough. Ne, das stimmt. Später meine ich dann auch erst. Aber es kommt mir jetzt gerade, weil wir gerade von Ginny auch sprechen. Ja, das stimmt. Ja, das kann sein. Ende diesen Schuljahres ist Snape dann dafür verantwortlich, den Allrauntrank zu brauen, um die versteinerten Schüler und den kopflosen Nick wieder zu heilen. Genau. Im dritten Schuljahr macht Snape sich mal richtig nützlich, natürlich nur auf Wunsch von Dumbledore. Er braut Remus Lupin nämlich den Wolfsbandtrank, damit dieser in Hogwarts unterrichten kann. Das ändert ja aber nichts daran, dass Snape Lupin nicht ausstehen kann. Er vermutet ja auch die ganze Zeit, dass er und Sirius so unter einer Decke stecken und so. Und ich glaube, alleine, dass Lupin jetzt wieder in Hogwarts ist, das weckt natürlich wieder schmerzhafte Erinnerungen in Snape. Und einfach, weil er das natürlich immer noch nicht verzeihen kann, auch wenn Lupin da vielleicht nicht so die größte Rolle gespielt hat. Aber er war halt nun mal Teil der Rumtreiber. Ja, aber was ich nicht ganz so verstehe, für Snape ist ja zum Beispiel auch klar, dass Lupin vermutlich seinem alten Freund, also Sirius, geholfen hat, aus Azkaban auszubrechen. Aber gerade Snape, der ja die Zaubererwelt eigentlich sehr gut verstehen müsste, müsste doch wissen, dass man das nicht einfach so machen kann. Und dass Lupin mit all seinen Wehwehchen auch nicht der Typ dafür ist. Also dafür hat, also, da frage ich mich immer, das ist so ein bisschen so dieser blinde Hass einfach, ihm das so anzudichten. Da denke ich nur so, nee. Also wenn man es jetzt mal durchspielt im Kopf, nee. Ja. Also, naja. Als Draco sich verletzt in Hagrids Stunde, nutzt Snape das natürlich auch aus, um Harry eins reinzuwürgen. Er zwingt dann nämlich ihn und Ron, Malfoys Zutaten zu schneiden im Zaubertrankunterricht. Und gleichzeitig macht Snape Neville dann ja auch schon wieder fertig und er beleidigt ihn dann richtig und fragt ihn irgendwie, ob überhaupt irgendetwas in seinen dicken Schädel reingeht. Und, also, ich finde, das ist so respektlos und ich meine, also, wie kann man so mit Schülern sprechen, ja? Ja, vor allen Dingen mit Schülern, die ja eh schon so ein bisschen unsicher wirken. Man muss es ja nicht noch verstärken. Es ist doch wirklich unnötig. Er könnte Neville auch einfach da sitzen lassen und ihn einfach kommentarlos nach, was weiß ich, die Pergamente, die sie ihm da bringen müssen, bewerten und dann ist gut. Mehr braucht dieser Junge ja nicht. Und das Bescheuerte ist ja wirklich, dass er Neville ja nur deswegen nicht mag, weil es eben nicht Neville getroffen hat, den Voldemort da als ebenbürtig erkannt hat, sondern es Harry war. Und dafür kann Neville ja aber nichts. Also, es ist total bescheuert, diesen Jungen für sowas verantwortlich zu machen. Naja, Harry kann auch für nichts eigentlich. Der ist da so reingeboren, genauso wie Neville. Und ich finde, Neville hat noch weniger. Es gibt da keine Schuldfrage und ich finde, Snape ist da super engstirnig. Unfair auch. Total. Der kommt da ja überhaupt nicht raus aus dieser Spirale des Hasses. Und es kann, ja und dann muss er ja theoretisch auch noch, Hermine hasst er ja eh und Ron auch, weil Weasley und auch Freund von Harry. Also im Prinzip bleiben ihm Draco. Ja, nur die Slytherins. Ja, aber auch nicht alle. Also die bevorzugt er, wenn, nur weil Slytherins sind, aber die liebt er ja nicht. Nee, natürlich nicht. Die sind ja auch alle strunstum. Ja. Ja, aber es ist ja auch wieder so, dass er dann direkt erkennt, was Neville wieder für einen Fehler gemacht hat. Ja, das stimmt, ja. Neville hat ja schon total Angst vor Snape. Und dann droht er auch noch, diesen Trank, den Neville gebraut hat, an Trevor zu verfüttern, um zu sehen, was passiert. Ich meine, das ist quasi eine Morddrohung an Neville's Haustier. Und Hermine ist dann ja so nett und hilft Neville dann heimlich. Und dafür bestraft Snape sie dann auch noch, weil Neville's Trank dann ja doch richtig wird. Mit Punktabzug. Ja. Das ist so fies, ey. Ja. Ja, das ist echt. Und kurz darauf ist ja dann die Stunde mit Lupin, mit dem Irrwicht. Und dieser Irrwicht befindet sich ja im Lehrerzimmer, wo Lupin mit den Schülern dann ja hingeht. Und genau da sitzt in dem Moment Snape gerade im Lehrerzimmer. Der hat wohl eine freie Stunde. Und er sagt dann direkt so, ja, ich will das gar nicht mit ansehen. Und dann sagt er sogar noch zu Lupin, hier, pass auf, der Neville kann nix und so. Stimmt, ja. Also super fies einfach auch wieder. Und da habe ich gelesen, dass es gibt eine Theorie, dass Snape das Weite sucht und nicht dabei sein will, weil er Angst hat, sein Irrwicht könnte verraten werden. Ah. Das finde ich voll gut. Ergibt ja auch so. Weil selbst wenn es Lillys Leiche ist oder was wir auch gesagt hatten, dass er irgendwie als Spion auffliegt oder so, das wären ja alles Dinge, die viel über sein Inneres verraten. Ja, vor allem erstens das und zweitens ihn ja auch so komplett aufliegen lassen könnten und ihn ja einfach entblößen könnten. Und das würde ich mir ja schon nicht geben. Bei Lupin ist es ja schon fragwürdig, finde ich. Und wenn sie überlegt, so andere Irrwichte, ich weiß jetzt nicht, wenn ich Flitwick wäre, ob ich Bock drauf hätte, meinen Schülern zu präsentieren, wovor ich am meisten Angst habe. Also vor allem, wenn du nicht der Lehrer bist, der diese Stunde führt. Und Lupin ist dann natürlich so ein bisschen lockerer, obwohl ich finde, dass er es nicht zwingend sein sollte mit seinem Irrwicht. Deshalb finde ich das logisch. Ich hätte trotzdem gerne gesehen, was Snape's wirklicher Irrwicht ist, ohne dass wir mutmaßen müssen. Das stimmt. Das wäre sehr interessant gewesen. Das hätte sie mal mit reinschreiben müssen. Ja, werden wir nicht erfahren. Nee. Aber was wir wissen, ist, was Neville für einen Irrwicht hat. Nämlich Snape. Und das finde ich super übel, weil der Irrwicht zeigt eine größte Angst. Und diese Angst ist dann ein Lehrer, den Neville jeden Tag sieht. Also jeder, der sagt, dass Snape ein toller Mensch ist, der hat den Schuss nicht gehört. Dieser arme Schüler, wirklich. Und eigentlich ist Neville ja auch der Total der Sympathieträger, nicht nur in den Filmen, weil er am Ende gut aussieht, sondern auch, weil Neville wirklich ein cooler Charakter ist und ebenso vielschichtig ist oder aber auch diese Entwicklung, die Neville durchmacht. Und da finde ich, genau wie du sagst, das sind Alarmleuchten, wenn dieser junge Mensch so Angst vor einem Lehrer hat, dass es die größte Angst ist in seinem ganzen Leben. Da muss man sich mal kurz überlegen, was an diesem Mann gut sein soll. Und das, obwohl er Eltern hat, die mit Kruziatus verflucht sind und gefoltert wurden und ihren Verstand verloren haben. Hallo. Also es ist absolut Wahnsinn. Also oder es ist ein Todesser, dass quasi bei Neville Snape für Todesser steht, aber Snape ist ja kein echter Tod. Also wissen die ja nicht genau. Also weiß ich nicht. Es kann nicht sein. Nee, es ist wirklich, weil Snape einfach ein Arschloch ist. Ja, genau. Schlimmster Lehrer ever, will ich sagen. Gegen Ende des Schuljahres versucht Snape Sirius ja als der dann erneut versucht, ins Schloss einzudringen, Ding festzumachen. Weil Snape ja immer noch davon ausgeht, dass Sirius es war, der Lily verraten hat. Snape versucht die Situation dann ja zu lösen, indem er den Tarnumhang benutzt. Weil Harry hat den vor der heulenden Hütte da vor dem Eingang einfach liegen lassen. Wieso? Ja, vor der peitschenden Weide, weil Ron da noch angegriffen wird und dann lässt er den da irgendwie fallen. Ja, aber du kannst sowas nicht aus der Hand geben. Ja, genauso wie die Karte des Rumtreibers. Die hat Snape nämlich interessanterweise noch offen auf Lupins Schreibtisch liegen sehen. Und da hat er gesehen, dass die alle gerade in der heulenden Hütte sind. Ja. Und dann denke ich mir so auch, Lupin, hallo, guten Morgen, vergisst seinen Trank, macht diese Karte nicht zu. Ja, danke für nix. Snape, und ich finde es wirklich lächerlich, Snape benutzt diesen Tarnumhang dann ja auch als Tarnumhang. Und nimmt den dann ab. Also es ist dann so ein Moment, in dem so ein extrem erwachsener, sehr irgendwie seriöser Mensch dann unter so einem Tarnumhang vorguckt. Und sagt, Surprise, I'm here. Ja, ich finde diese Situation mit dem Tarnumhang, den finde ich ganz merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Aber er wird ja recht schnell von Harry, Ron und Hermine außer Gefecht gesetzt. Ja, genau. Und als sie dann alle zusammen die heulende Hütte wieder verlassen, ist Snape ja immer noch bewusstlos und Sirius lässt seinen Kopf dann ständig gegen die Tunneldecke stoßen. Das ist so assi. Es ist, ja, und es hat sich da einfach keiner verändert, weißt du, keiner der lebenden Rumtreiber hat sich verändert. Nein, das ist eine Katastrophe. Noch Snape. Die haben, das ist wirklich eine Katastrophe, das ist doch, das ist doch nicht normal. Das ist unmöglich, wirklich. Anders als im Film stellt sich Snape übrigens nicht schützend vor das Trio, weil er ja eigentlich immer noch bewusstlos ist, als Lupin sich verwandelt. Und später behauptet er dann ja, Sirius hätte das Trio verhext, weil sie ihn angegriffen haben. Und er sagt dann sogar, dass die drei gar nicht dafür verantwortlich sind, was passiert ist, sondern nur Sirius schuld ist. Und ich meine klar, er will ihn nach Asgaban bringen, aus seiner eigenen persönlichen Rache, weil er eben, wie gesagt, noch denkt, Sirius ist schuld, dass Lily dann letztendlich gestorben ist. Aber ich meine, er kann sich doch nicht so vor der Wahrheit verschließen. Nee, kann er nicht. Und ich frage mich auch, ist Asgaban wirklich das Schlimmste, was Sirius in diesem Moment jetzt noch passieren kann? Ich glaube nicht. Nee. Der Mann, der hat schon so gelitten. Dann sagt Snape dann doch irgendwie so, ja, Harry dürfe ja nicht immer so eine Extrawurst bekommen. Und er würde ja versuchen, Harry wie jeden anderen Schüler auch zu behandeln. Ja, klar. Das sagt er der Slytherins so sehr bevorzugt, das ist lächerlich, das sagt er zu Fatsch, glaube ich. Tja. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Dumbledore menschlich auch nicht so viel von Snape hält. Weil egal, wie viel Snape für ihn getan hat, er tut Snapes Einwände dann ja, dass Sirius Black ja ein Mörder ist und ihn ja auch schon mal versucht hat umzubringen. Denn das tut er ja alles nur so kurz ab und er hört ihm auch gar nicht richtig zu. Und als Sirius dann ja entkommt, da vermutet ja Snape ganz richtig, dass es mit Harry zu tun hat. Und dann ist er natürlich total außer sich. Und dann wirkt er natürlich wie derjenige, der total verrückt geworden ist. Auch wenn er natürlich eigentlich die Wahrheit erkannt hat. Aber Dumbledore lässt ihn dann auch wie einen Verrückten dastehen. Also so von wegen, was er sich da jetzt alles einbindet und wie soll Harry das denn geschafft haben und so. Und es wirkt irgendwie immer so, als wäre er auch ganz belustig, dass Snape nicht seine Rache an Sirius nehmen konnte. Ich weiß nicht, also Dumbledore lässt Snape super viel durchgehen. Alles, was so im Unterricht passiert, da kann Snape machen, was er will. Da kommt ja keiner auf die Idee, ihm mal zu sagen, so wir haben hier ein paar Tipps aufgeschrieben. Wir haben hier eine Intervention im Lehrerzimmer. Das passiert ja alles nicht. Und vielleicht, also ich kann schon verstehen, wenn auch Dumbledore nicht durch und durch von Snape überzeugt. Es ist ja auch immer ein Spiel mit dem Feuer. Er war ein Todesser. Er hat sich damals aktiv dafür entschieden. Und ich glaube auch wirklich, er benutzt Snape hauptsächlich nur. Also Snape ist für ihn ein wichtiges Werkzeug, genau. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich Sympathie im Spiel ist. Nee, das glaube ich nicht. Das ist Harrys Vorurteil. Ich glaube, dass bei Harry und Dumbledore, da ist Sympathie. Aber Snape und Dumbledore wahrscheinlich nicht. Das ist wirklich einfach nur ein Nutzen, denke ich. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Ja, letztendlich nimmt Snape dann ja aber noch Rache und zwar an Lupin. Weil er nämlich allen verrät, dass Lupin ein Werwolf ist, sodass dieser dann die Schule verlassen muss. Genau. Ich habe mir wieder überlegt, so was passiert, bevor dieses Schuljahr startet. Dann dachte ich mir so, naja, es wird so eine Art Lehrerkonferenz gegeben haben. Ich gehe ja immer davon aus, dass es welche gibt tatsächlich. Und das… Eine Illusion. Ja, also ich… Für mich ist das so. Ja, die sitzen dann da zusammen und Dumbledore sagt so, jetzt die wichtigsten Punkte für dieses Jahr. Das ist dann auch die einzige Sitzung, die sie gemeinsam haben. Und da muss ja dieses Trimagische Turnier nochmal kurz angesprochen worden sein. Auch hier stelle ich mir Snape wieder vor, der wenig begeistert da sitzt, ganz eingefallene Schultern bekommt und seine Augen verdreht und sich denkt, boah, ich hasse mein Leben. Weil der findet sowas doch gar nicht gut. Ja, und es ist ja auch klar, weil Harrys Name landet ja dann ja im Feuerkelch. Ja. Und einerseits gönnt Snape ihm das natürlich nicht und andererseits findet er das scheiße, weil er Harry ja beschützen muss. Und in diesem scheiß Turnier sind natürlich einige Risiken, die auf Harry dazukommen. Und Herr Snape muss ja darauf aufpassen, dass Harry nicht stirbt, ne? Ja, und das finde ich ist schon eine ganz schön große Aufgabe, muss ich sagen. Das stimmt. Vor allem in diesem Schuljahr. Snape geht ja nicht davon aus, dass Harry selbst seinen Namen in den Kelch geworfen hat und sich diesen Gefahren aussetzen würde. Auch wenn er das natürlich nicht so zugeben würde. Er sagt sowas wie, ja, ich glaube nicht, dass Potter dazu in der Lage wäre, so nach dem Motto. Ja, genau. Aber es würde schon zu ihm passen. Ja. Und ich glaube, da spielt er auf James an, weil das ist ja schon was, was James auf jeden Fall riskiert hätte. Ja, das stimmt. Aber, ja. Snape vermutet dann ja auch sofort, dass es Harry ist, der die Zutaten für den Vielsafttrank aus seinem Büro stiehlt. Dabei ist es ja dieses Mal Barty Crouch Jr., der ja als Moody in Hogwarts unterrichtet. Und dass der vermeintliche Moody jetzt da ist, macht Snape natürlich jetzt auch nicht besonders glücklich, weil Moody ja dafür bekannt ist, dass er besonders wenig von Todessern und natürlich auch super wenig von Snape hält. Und Moody behauptet dann ja sogar, er sei von Dumbledore berechtigt worden, Snapes Büro zu durchsuchen. Was ja richtig krass ist für Snape. Das hatten wir schon in mehreren Folgen jetzt, glaube ich, auch. Und Snape geht ja nicht zu Dumbledore, um sich zu beschweren. Und augenscheinlich hat Snape ja auch vor Moody richtig Schiss und geht ihm total aus dem Weg. Ja, aber es ist wirklich Angst so in dem Sinne oder einfach nur, dass er so Konfrontationen aus dem Weg gehen will, weil er auch keinen Bock drauf hat, sich mit Moody auseinanderzusetzen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es der echte gewesen wäre. Also das, was jetzt im Buch geschildert wird, ist natürlich wieder nur die Sicht der Schüler, also von Marion Coole, aber ja, also ihr geht ihm auf jeden Fall aus dem Weg, um natürlich sich so wenig wie möglich mit ihm auseinanderzusetzen. Würde ich auch machen, glaube ich, wenn ich Snape wäre. Also das kann ich schon verstehen. Ja, zu den Schülern ist er natürlich gewohnt scheiße. Er droht zum Beispiel am Anfang direkt damit, alle zu vergiften, um zu testen, ob die selbstgebrauten Gegengifte wirken. Das ist auch schon wieder eine totale, tolle, pädagogische Maßnahme von ihm. Und was ich auch immer besonders charmant finde, ist, dass er vor gesammelter Mannschaft den Artikel über Hermine und Harry aus dem Tagespropheten von Rita Kim Korn vorliest. Also das ist auch wieder super dreist. Und dann gibt es übrigens auch noch eine Situation, wo die Slytherins und die Gryffindors sich duellieren auf dem Gang und Snape kommt dazu und er löst das dann auf. Und dann schickt der Goyle zum Beispiel in den Krankenflügel, weil er von irgendwas getroffen wurde. Und zu Hermine sagt er, dass er keinen Unterschied bemerkt, während ihre Zähne bis zum Kinn wachsen. Ich finde das total respektlos. Und auch Harry und Ron finden das super scheiße. Die beleidigen ihn dann, aber zum Glück so laut brüllend und gleichzeitig, dass man nicht genau versteht, was sie sagen. Ja, aber... Aber es ist unmöglich, ey. Es ist nicht nur respektlos, sondern es ist auch einfach total fehl am Platz. Dieses Mädchen, das weint, weil Draco ihr ja diesen Fluch aufgehetzt hat, dass diese Zähne so lang wachsen. Und sie geht ja dann auch ihre Zähne dann schön machen. Das passt ja dann auch alles am Ende, ist auch alles gut. Und in der Zaubererwelt sind solche Flüche wahrscheinlich auch einfach nichts Besonderes. Das passiert mal, weil man es gut heilen kann. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich meine, der ist ja jetzt nicht erst seit gestern Lehrer. Und ich meine, wenn er vorher nicht empathisch war, dann hätte er jetzt wenigstens aus verschiedenen Situationen lernen können. Es wird doch nicht das erste Mädchen gewesen sein, das wegen Komplexen heult. Ja, und vor allem, sie wurde ganz offensichtlich mit einem Fluch getroffen. Also da braucht er mir ja nichts zu erzählen. Und er muss ja nicht darauf eingehen, dass er Mitleid hat oder sowas, sondern sie einfach nur auch in den Krankenflügel schicken und fertig ist. Ja, er kann es ja kommentarlos lassen. Aber es ist einfach erniedrigend. Ja. Unmöglich, wirklich. Das ist wirklich unmöglich. Ich weiß es ja auch nicht. Man kann diesem Mann einfach nicht helfen. Das stimmt. Und in diesem Buch nimmt das Ganze ja irgendwie so eine düsterere Stimmung. Und es gibt ja jetzt auch Vermutungen, dass mit Snape etwas nicht stimmt. Weil es gibt ja die Szene, wo Phil Cherries Ei findet und Snape und Moody dann dazukommen. Und hier erwähnt Moody, dass es Flecken gibt, die man nicht auswaschen kann. Und Snape fasst sich daraufhin an seinen Unterarm. Und wir wissen ja, da ist sein dunkles Mal. Aber das weiß Harry ja nicht. Und später sucht ja auch Karkaroff die Nähe von Snape, weil sein dunkles Mal ja stärker wird. Und Harry bekommt dann ja mit, wie die darüber reden. Und er spricht Sirius drauf an. Das finde ich total genial, weil Sirius sagt dann, dass Snape, soweit er weiß, nie beschuldigt wurde, ein Todesser zu sein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil Sirius müsste das doch eigentlich wissen. Und dann sagt er auch noch, er wüsste nicht, was es bedeutet, wenn man sich etwas auf dem, also wenn man irgendwie über etwas auf dem Unterarm spricht. Natürlich weiß Sirius das. Diese ganze Situation ist wieder völlig absurd und es macht keinen Sinn in meinen Augen. Aber vielleicht wollte Sirius Harry noch kurzzeitig mal ein bisschen schützen und Kind sein lassen. Ja. Oder ihn nicht von den Aufgaben ablenken. Ja, das kann sein. Also gerade Karkaroff, der ja auch ein Todesser ist, um nochmal auf diesen linken Unterarm zu sprechen zu kommen. Ja. Der bittet Snape ja dann tatsächlich auch um Hilfe. Also der ist ja total panisch. Hilfe bekommt er von Snape ganz sicher nicht. Also da ist er auch echt der Falsche für, finde ich. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Ja, es ist auch ein bisschen absurd, dass Karkaroff das macht, wenn noch Schüler da im Klassenraum sind. Ja, weiß ich auch nicht. Also was hat er erwartet, dass Snape jetzt dazu gibt, dass er ein Todesser ist und dass er das auch spürt oder was? Das ist ja völlig bescheuert. Und sagt so, wir teamen jetzt und jetzt, wir schützen uns hier gegenseitig. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, ich meine, so richtig konkret wird es ja, dass Voldemort zurückkehrt ja eigentlich erst, als auch Karkaroff Snape darauf anspricht. Weil klar, die Zeichen werden immer deutlicher und das passt ja auch alles, das ist ja auch okay. Aber jetzt sind es ja schon mal zwei Todesser, die sich darüber unterhalten. Und dann dachte ich mir, ich glaube nicht, dass Snape überrascht ist. Also erstens mal wird er das ja selbst gedeutet haben und zweitens mal wird er ja auch mit Dumbledore darüber gesprochen haben. Und Dumbledore war ja auch immer der festen Überzeugung, dass Voldemort wahrscheinlich irgendwann zurückkehren wird. Dieses Warten hat ja im Prinzip jetzt ein bisschen so ein Ende. Das stimmt, weil als Harry nämlich vom Friedhof wiederkehrt, da zeigt Snape dann Fudge sogar sein dunkles Mal, um zu zeigen, dass Voldemort wirklich zurückgekehrt ist, weil das dunkle Mal eben so stark geworden ist. Aber Fudge glaubt das natürlich nicht. Und an dem Abend erfährt Snape dann ja auch von Sirius' Flucht, weil die beiden ja in Zukunft zusammenarbeiten müssen im Orden. Und die beiden werden dann von Dumbledore gezwungen, sich die Hand zu geben. Total bescheuert. Ja, das ist doch nur symbolisch. Das wird doch niemandem was bedeutet haben. Das ist nicht mal symbolisch. Das ist nix. Das ist total bescheuert. Aber es hat ja weder dem einen noch dem anderen was bedeutet. Und ich weiß auch nicht, was Dumbledore damit erzwingen wollte, weil wir sind hier nicht in der dritten Klasse, wo man so, wir sind hier ein Team und eine Klasse und wir halten hier zusammen Feeling aufbringt. Sondern es sind zwei Erwachsene extrem verbohrte und sehr gegensätzliche Menschen in vielerlei Hinsicht. Aber sie sind sich auch ähnlich, wo ich mich auch denke, das ist einfach lächerlich. Aber ich finde es für meine Belustigung, finde ich es gut. Ja, und im Grunde ist ja vielleicht Snape wirklich ein bisschen weniger nachtragend, weil er ja auch dadurch erfährt, dass es eben nicht Sirius war, der die Potters verraten hat, sondern Peter. Ja, aber diese Verbitterung all die Jahre, das löst sich ja nicht auf. Also das wird trotzdem immer irgendwie Teil von Snape sein. Also ganz klar. Freunde sind sie jetzt nicht. Never ever. Ja, und später wissen wir ja, dass Snape dann im Auftrag von Dumbledore zu Voldemort zurückgekehrt ist und dann erklärt, wieso er nicht früher gekommen ist. Und zwar eben, um seine Rolle als Dumbledores Vertrauter zu wahren. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt dann ja die zweite Phase seiner Zeit als Doppelagent. Und während des Sommers berichtet Snape dann ja immer wieder dem Orden und betritt auch dafür das Hauptquartier. Wir wissen, dass er nichts für die Weasley-Kinder übrig hat, aber dennoch scheint er ja mit Molly und Arthur zum Beispiel ganz gut hinzukommen. Die lieben sich jetzt nicht, aber es ist eine neutrale Arbeitszweckgemeinschaft. Snape kann es aber nicht lassen, Sirius immer wieder zu verspotten dafür, dass er nutzlos im Hauptquartier rumsitzt und nichts tun kann. Und damit einfach auch ein inaktives Mitglied des Ordens ist und Sirius ist beleidigt. Und ach, ich weiß nicht, diese Seitenhiebe kann sich Snape einfach nicht verkneifen. Obwohl ich dazu sagen muss, ich finde, das ist einfach gar nicht eine angebrachte Situation in diesem Moment. Weil diese Voldemort, das Voldemort-Gate, das spitzt sich ja so langsam zu. Und ich weiß nicht, ob solche Kinderreihen da jetzt Platz haben. Ich finde eher nicht, aber naja gut. Total bescheuert. Ich glaube ja, also diese Information, die er quasi an Voldemort über den Orden weiterträgt, das wird wahrscheinlich ja immer in enger Absprache mit Dumbledore passieren, weil irgendwas muss er ja auch Voldemort berichten, um dessen Vertrauen eben wieder zu gewinnen. Ich meine, das wird ja ein langer Prozess gewesen sein, bis Voldemort ihm wirklich auch wieder vertraut. Aber ich meine, letztendlich weiß oder denkt Voldemort ja, dass Snapes Wissen durchaus nützlich ist. Und gleichzeitig speist er ja Dumbledore dann auch mit Informationen von Voldemort. Aber die anderen Ordensmitglieder wissen ja gar nichts von seiner Doppelrolle, oder? Ne, es gibt keine Konfrontation. Ne, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass die das wissen. Für die ist Snape immer nur jemand, der mal tot, als er war. Aber die wissen glaube ich nicht, dass er noch, also natürlich spätestens, als er Dumbledore umbringt. Ja, ja, nee, klar, da ist natürlich... Aber sonst ist es immer nur derjenige, nee, Dumbledore vertraut ihm. Also der ist entweder nur für die eine Seite sichtbar oder nur für die andere, aber nie in einer Konfrontation, sodass er beide Seiten glaubhaft machen kann, dass er entweder nur für den Orden arbeitet oder nur Todesser ist. Und ich glaube auch, dass es zu gefährlich ist, wenn alle Ordensmitglieder das wüssten, oder zumindest die fünf Ängsten von Dumbledore oder so. Weil wenn die geschnappt werden und gefoltert werden oder sowas und das rauskommt, dann ist natürlich alles im Arsch. Deswegen glaube ich, weiß das wirklich nur Snape und Dumbledore. Ja, das ist ziemlich krass, muss ich sagen. Ja, ich meine, im Grunde müsste er ja auch ein richtig gefährliches Leben führen aus der Sicht der Ordensmitglieder, weil in deren Augen ist er dann ja quasi ein Abtrünniger und Voldemort hätte sich ja auch an ihm rächen können. So wie an Karkaroff zum Beispiel. Ja. Wahrscheinlich denken die alle, naja, der ist so eng mit Dumbledore, der ist da Lehrer, dem passiert schon nichts. Wahrscheinlich. Zurück in Hogwarts ändert sich an Snapes Verhalten gegenüber Harry natürlich nichts und auch nicht gegenüber den anderen Schülern, Orden hin oder her, das macht dann auch keinen Unterschied für ihn. Dumbledore befiehlt Snape dann, Harry ja auch glomentig beizubringen, weil Harry ja dann diese Vision bekommt. Und das ist aber auch überhaupt nicht so einfach, weil die gegenseitigen Anfeindungen von Snape und Harry so eine professionelle Beziehung einfach unmöglich macht. Ich meine, gibt es denn auch sonst niemanden? Das ist doch ein totales Desaster, das Ganze. Ich weiß nicht. Also, aber kann das jemand so gut wie Snape? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Also vielleicht könnte es Dumbledore, aber der hat halt viele sehr wichtige Dinge zu tun. Ich meine, kannst du nicht mal so einen Nachhilfelehrer von außerhalb beauftragen? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht zu gefährlich, Harrys Gedanken zu durchstöbern. Und Snape ist vielleicht wirklich der Einzige, der hat halt nichts übrig für Harrys Gedanken und diese Gefühlstuslichkeit und so. Aber der kann damit wahrscheinlich noch irgendwie besser umgehen, weil er ja auch Harrys Situation kennt und alles. Also ich glaube, jemand von außerhalb wäre da auch echt ein bisschen überfordert. Ja, andererseits gibt es ja auch eine Situation, das kommt natürlich später erst, wo Harry dann ja merkt, ah, dieser Gang, von dem ich immer träume, das ist ja die Mysteriumsabteilung. Und er sagt Snape sogar sowas wie, Voldemort will etwas davon haben, davon träume ich ständig. Und Snape steht total auf dem Schlauch, der weiß dann halt von nichts. Er geht das offenbar auch an Dumbledore weiter, sodass es auch wieder alles nichts bringt, dass Snape da sogar in den Gedanken von Harry rumwühlen kann. Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist dann wieder keine Kommunikation zwischen irgendwem. Ich habe mich noch gefragt, gibt es denn eigentlich keine Methode, wie man das näher bringen kann, was Harry tun muss, um seinen Geist zu verschließen? Ich meine, Snape hilft ihm ja überhaupt nicht. Alleine wenn man diesen Unterricht mit Lupins Unterricht vergleicht, als Lupin ihm den Patronus gezeigt hat. Ja, das stimmt. Außerdem macht das ja auch alles überhaupt gar keinen Sinn, weil Harrys Aufgabe ist nur, Snape abzuwehren. Aber Voldemort ist ja nicht körperlich anwesend, wenn er in Harrys Geist eindringt. Also bringt das irgendwie doch gar nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er sagt dann immer nur so, ja entspann dich, denk an nichts. Ja, toll. Ja, genau. Ja, aber das ist ja auch schwierig. Dann müsste er erst mal Harry herein, in sich hineinfühlen und bemerken, wie es sich genau anfühlt, wenn jemand deinen Geist übernimmt. Und das scheint ja nicht ein so auffälliges Gefühl zu sein, weil Harrys ja nicht kommen sieht, diese Vision. Die sind ja dann plötzlich da und er hat das. Ja, ja, genau. So, er müsste dann wahrscheinlich auf superfeine Veränderungen in seinem Körper achten, um zu bemerken, dass da jemand eindringt von außerhalb, der nicht körperlich in Sichtweite ist. Das trainieren die ja auch nicht. Ne, eben. Dieser ganze Unterricht macht überhaupt keinen Sinn. Und dann ist es ja auch, macht das ja auch keinen Sinn mit entspann dich. Ne, natürlich nicht. Vor allem so viel Hass, den Harry gerade verspürt, weil Snape ihn da so pie sagt, kann er sich doch auch nicht entspannen. Der kann sich doch nicht entspannen, nur weil Snape, vor allem Snape das sagt, entspann dich. Und vor allem, ich verstehe nicht, was entspannen bringen soll. Ne. Für mich ist irgendwie so eine Reaktion, anspannen wäre jetzt besser, um Schilder hochzuziehen. Ja, er soll halt irgendwie an nichts denken, damit keine Gedanken da sind. Ja, aber du kannst nicht an nichts denken. Ja, das geht nicht, eben. Das ist total bescheuert. Ich bin nicht so ein Fan von Oklomentik und ich bin auch nicht so ein Fan von Legilimens. Also ich verstehe das halt manchmal nicht, wie das auch möglich ist. Aber gut. Gibt es eine Sonderfolge? Und so, da erkläre ich euch mal genauer, was ich nicht verstehe. Naja, Harry wird dann ja auch Zeuge einer sehr privaten Begegnung von Snape, als der dann nämlich mal kurz nicht in seinem Büro ist. Und diese Erinnerung, die Harry dann zu Gesicht bekommt, ist, wie Snape von Harrys Vater, also James, gemobbt wird. Snape kommt dann ja zurück und zerrt Harry so am Arm und das ist ziemlich grob, wobei ich das verstehen kann, wäre mir auch unangenehm. Und er erklärt den Unterricht für beendet. Und von da an ignorierte Harry nur noch mehr, weil er ja jetzt noch wütender auf Harry ist als sowieso schon, weil er natürlich jetzt so ein bisschen, ja so ein bisschen entblößt ist quasi. Das ist ja auch eine sehr würdelose Situation gewesen, die wir kennen, die wir da kennengelernt haben aus Harrys Sicht. Genau. Ich finde es halt krass, weil im Film ist es ja so, dass Harry das auch durch diese Legilimens, also plötzlich kein Harry-Legilimens, bringt ein Snape's Geist ein. Ja, es macht aber keinen Sinn, weil eigentlich ist es ja so, wie du gesagt hast. Da steht plötzlich Dumbledore's Denkarium in Snape's Büro. Vielleicht hat Snape auch ein eigenes. Ich weiß es nicht, aber es ist wahrscheinlich Dumbledore's. Und da denke ich mir so, warum sollte jemand jemandem anderen sein Denkarium ausleihen? Ich sage ja auch nicht, du willst Tagebuch schreiben? Ja, dann nimm doch meins. Da kannst du auch noch reinschreiben. Ich habe noch ein paar freie Seiten. Das ist doch total bescheuert. Also, wenn er für Dumbledore die Erinnerung an den Unterricht von Harry sammeln soll, dann kann er die doch auch woanders abfüllen. Ich habe mich dann noch gefragt, vielleicht will er ja auch ein paar von seinen eigenen Erinnerungen eben beschützen vor Harry, damit, falls Harry doch in den Geist eindringt, dass die nicht da sind. Ja, aber dann denke ich mir so, das ist total bescheuert, weil man vergisst ja nicht das, was du ins Denkarium gepackt hast. Nee. Oder? Und außerdem würde so viel Snape Harry ja eh nicht zutrauen. Ja, oder es sind verschiedene Arten von Erinnerungen, die du aufbewahren kannst. Vielleicht gibt es so endgültige, die du quasi aus deinem Gedächtnis abschneidest. Wobei ich dann dazu sagen muss, da musst du es schon krass beschriften. Weil wenn du nichts mehr weißt, weißt du ja auch nicht, wonach du suchen könntest, wenn du diese Erinnerung brauchst. Das heißt, du musst dann doch Tagebuch führen, um nachzulesen. Ach ja, ich muss diese. Also das ist halt das, was ich eingangs schon gesagt hatte zu diesem Oklomantik-Thema. Also ich verstehe die Logik dahinter nicht. Das ist ein bisschen wie Zeitreisen. Also das ist nie richtig rund. Da gibt es zu viele Schwachstellen. Das ist genau das Gleiche mit diesen Erinnerungen. Ich finde, das macht auch keinen Sinn. Und deswegen, also es macht einfach überhaupt keinen Sinn, warum dieses Denkarium da ist. Das ist wirklich einfach nur da, damit Harry diese Erinnerung erfährt. Vielleicht hat er dein eigenes. Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich habe, das ist, dass Snape ein eigenes Denkarium hat. Aber das wissen wir ja nicht direkt. Nee, eben. Das schließen wir jetzt. Ja. Snape sagt ja die ganze Zeit dunkler Lord. Und das finde ich auch schon wieder super strange, weil wie tief muss diese Furcht wohl eingebrannt sein? Weil wenn Harry sagt Lord Voldemort, dann rastet er richtig aus und sagt, sag diesen Namen nicht und so. Und ich habe mich gefragt, ob die Todesser wohl so lange gefoltert werden, bis die so eine Konditionierung haben, dass sie diesen Namen so fürchten. Nein. Weil das ist doch ganz komisch. Warum erstens dann sagt doch, du weißt schon wer und nicht dunkler Lord. Und wieso reagiert er da so überempfindlich? Das ist doch total strange. Weil alleine dieses Lord, das hebt doch jemanden auf eine höhere Stufe. So als Art liegen. Ja, das stimmt schon. Ich überlege gerade. Aber ist es wirklich Furcht und Respekt? Oder einfach nur... Ja, grundsätzlich bei Todessern schon. Bei Snape verstehe ich es halt eben nicht. Ja. So das Protokollbefolgen auch vielleicht so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat Voldemort ja auch eine Spur nochmal extra für Todesser auf seinen Namen gelegt, so wie er das später macht. Dass wenn ihn jemand mit einem anderen Namen anspricht als dunkler Lord, dann wird er sofort kontaktiert. Ja, oder er möchte Harry seine Flapsigkeit darüber, diesen Namen immer so auszusprechen, nehmen. Aber dunkler Lord macht dann trotzdem keinen Sinn. Weil Todesser, nur Todesser sagen dunkler Lord, sonst niemand. Ja gut, er arbeitet ja auch irgendwie für Voldemort. Vielleicht ist es einfach wirklich so eine Art Konditionierung. Aber möchte Harry im... Harrys Umfeld einfach damit zu verstehen geben, du brauchst jetzt hier nicht so großkotzig Voldemort immer sagen. Sag das nicht, ja. Kannst ja auch mal, du weißt schon, wer sagen. Bei Harry würde er jetzt nicht dunkler Lord sagen. Ja, eben, ich sag ja. Und das ist, finde ich halt, das komische, dass er da nicht switchen kann und nicht einfach sagen kann, du weißt schon, wer oder so. Oder er, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, vielleicht findet er es albern, weil ich finde das auch albern. Vielleicht entscheidet er sich für das geringste Übel und denkt sich, dunkler Lord, passt schon. Na ja, gut. Da komme ich auch nicht durcheinander, wenn ich dann plötzlich vor Voldemort stehe und dann auch noch Voldemort sage, wie unangenehm wäre das denn bitte. Oder vielleicht sagt er einfach, dunkler Lord, um sich selbst zu trainieren, das immer zu sagen. Ja, das kann sein. Um nicht durcheinander zu kommen. Nee, wissen wir nicht. Nee, weißen wir nicht. Während des Schuljahres ist Snape der private Veritaserum-Beschaffer für Umbridge. Sie schickt ja oft nach ihm, um Schüler auszuhorchen. Sie benutzt dann ja seine Vorräte auf. Sonst überlebt Snape diese Unterrichtsbewertung von Umbridge ja ganz okay. Ist jetzt auch nicht herausragend, aber naja. Und die einzige Hilfe, die Snape in diesem Jahr Harry so richtig zukommen lässt, ist er als Umbridge Harry aushorchen will, nachdem er ja diesen Kamin von ihr benutzt hatte, um Sirius zu helfen. Und Snape sagt dann ja, dass er kein Veritaserum mehr hat, aber das ist eventuell eine Lüge. Ja, wir wissen es nicht. Ja, aber man könnte es mutmaßen, dass er einfach das vorgibt, dass er keine Vorräte mehr hat, damit Umbridge Harry nicht aushorchen kann, weil unter Veritaserum er vielleicht auch wirklich sehr viel ausplaudern würde. Das stimmt, wobei es ja auch schon das Gerücht gibt, dass er ja vorher, wenn er ihr Veritaserum gegeben hat, dass das kein echtes Veritaserum war, sondern nur so eine Art Trappe. Ja, also das ist ja auch eigentlich ganz klug, weil dann würden ja Schüler, die glauben, sie würden Veritaserum bekommen, so eine Art Placebo-Effekt erfahren, dann die Situation schildern, so wie sie eigentlich war. Ja, wir haben hier rumgeknutscht, Entschuldigung, ja, aber nicht mehr preisgeben, weil Veritaserum vielleicht die Zunge so lockert, dass man noch fünf andere Sachen ausplaudert. Also falls er das so gemacht haben sollte, jetzt bei Harry ist es natürlich auch klug, weil das, was Harry auszuplaudern hat, ein bisschen pikanter ist, als wer hat hier mit wem rumgeknutscht, also das muss man auch echt dazu sagen. Ja, oder auch halt bezogen auf Dumbledores Armee, das ist ja auch das, was sie immer herausfinden wollte. Ja, genau. Ja, und Harry gibt ihm dann ja noch den Hinweis am Ende, dass Voldemort Sirius hat und daraufhin alarmiert Snape ja dann auch den Orden, sodass die wiederum später in der Mysteriumsabteilung Harry den Arsch retten können. Ja, genau. Aber es ist wohl so, dass Snape noch bei der Ausarbeitung des Plans für die Rettung in der Mysteriumsabteilung da mithilft. Er kann ja natürlich nicht direkt mitkämpfen, dann hätte er ein Problem. Ist er ein Ordensmitglied, ist er tot, ist er, man kann das, weiß es nicht. Ein Zwiespalt. Das würde sehr große Probleme hervortun und deshalb kämpft er weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite mit. Genau. Ja, in Harrys sechstem Schuljahr zieht sich Dumbledore ja diese Verletzung an der Hand zu, als er versucht, den Horcrux im Ring zu zerstören. Und da wendet er sich an Snape. Der konnte zwar im ersten Jahr nicht mal seinen eigenen Fluffybiss versorgen, aber okay. Genau. Und Snape sagt ihm dann ja, er hat noch ein Jahr zu leben. Ja. Und auch vor diesem Schuljahr wendet sich ja dann auch noch Narzissa an Snape. Die möchte ja, dass er Draco hilft und Voldemort umstimmt, dass Draco eben diese schwierige Aufgabe nicht erfüllen muss. Aber dazu sieht sich Snape nicht in der Lage. Allerdings leistet er dafür dann ja den unbrechbaren Schwur und schwört, Dracos Aufgabe zu vollenden, wenn dieser es nicht schafft. Und das macht er ja dann auch wiederum für Dumbledore, was ja ein total ausgeklügelter Plan ist. Weil Dumbledore ja wiederum verlangt, dass Snape ihn dann wirklich tötet, um einfach Dracos Seele zu schützen. Und natürlich auch, weil Snape damit ja noch mehr Vertrauen von Voldemort erlangt. Und Dumbledore stirbt ja eh. Aber Snape hat natürlich auch Bedenken um seine eigene Seele. Ja, klar. Aber Dumbledore hat natürlich eine gute Antwort darauf und sagt, dass diese Art Gnadenstoß, der es ja am Ende dann auch ist, sich nicht so negativ auf die Seele eines Zauberers oder einer Hexe auswirkt, wie ein willentlicher Mord. Das stimmt. Aber ich denke mir trotzdem, wieso macht Snape das? Ich meine, der hat doch genug geleistet, um Lillys Tod abzuarbeiten. Also wieso macht er sich dann selbst zum Mörder? Und was hat er persönlich denn davon? Also wo sind seine Ambitionen? Ich weiß es nicht. Und er will es ja auch nicht. Er sagt ja immer so, nee, nee und nein, ich will das nicht und so. Wenn wir jetzt mal kurz über diese Ambitionen sprechen, hat Snape wirklich so eine Art Ziel im Leben? Hat sein Leben eine Richtung, in die es gehen soll, wo am Ende irgendwie was steht? Und dieses Ziel war immer nur, Dumbledore zu unterstützen, um seine Schuld zu begleichen. Das war alles. Ja, aber wenn Dumbledore ihn nicht aufgegriffen hätte, dann hätte er ja auch kein Ziel gehabt. Nee, hat er auch nicht. Also hat Dumbledore ihm ein temporäres Ziel für ein paar Jahre gegeben, sagen wir jetzt mal grob 20 Jahre so und dann. Das war es. Irgendwann, also es hätte ja auch geendet, wenn Harry einfach im zweiten Schuljahr gestorben wäre. Genau. Wäre die Schuld dann abgearbeitet mit Harrys Tod? Nee, dann wäre er auch noch schuld gewesen, dass Harry tot ist. Ja. Also es ist, also im Prinzip. Der kann es gar nicht gut machen. Das ist ja ein bisschen traurig irgendwie. Deswegen frage ich mich, ist nicht irgendwann mal Jude? Also ich meine, der hat doch jetzt schon total viel geleistet. Ja. Ja, aber selbst wenn, wo geht Snapes Leben dann hin? Also was ist die Richtung, die er einschlägt? Er ist ja nicht so richtig Todesser, er ist nicht so richtig Ordensmitglied. Er hat auch keine Quidditch-Mannschaft, die er krass verfolgt, wo man sagen könnte, der reißt er jetzt hinterher. Oder er überlegt sich nicht, ich möchte mir mal ein Haus in London kaufen. Oder er überlegt sich auch nicht, oh, ich könnte mit Tränken handeln. Ja, richtig philosophischer Deep Talk, der hat keine Richtung. Nein, es geht nicht weiter. Also es bleibt dann stehen. Ja. Also ich meine, er stirbt vorher, aber es ist halt wirklich schlimm. Ja genau, theoretisch verläuft es im Nichts bei ihm. Genau, also wenn er die Schlacht überlebt hätte, wäre er einfach stumpf wahrscheinlich jeden Tag zur Arbeit gegangen und irgendwann wäre alt geworden. Ja. Auch wenn er das nicht immer alles gut findet, er es aber trotzdem macht, weil es eben so ein Richtungsweiser ist. Was mache ich mit meinem Leben? Und dann ist das noch, das Allerschlimmste ist ja, dass er dann auch noch mit Wurmschwanz zusammenleben muss. Also derjenige, der wirklich Lilly und James verraten hat. Ja. Also das ist ja eine totale Schmach. Ja, also das ist wirklich, ich finde es ganz schlimm eigentlich. Sehr schwieriges Leben, was er zur Zeit hat. In dieser Situation, wo er diesen unbrechbaren Schwur ablegt, ist ja auch Bellatrix dabei und die hegt nämlich irgendwie auch ein paar Zweifel an Snape. Die ist halt so von Grund aus misstrauisch. Aber er kann das ja auch ganz gut erklären, dass er ja quasi durch Dumbledores Schutz nicht in Azkaban gelandet ist und deshalb weiterhin für den dunklen Lord hat handeln können. Und dass er so nah an Dumbledore ist, dass er das alles ablauschen kann quasi. Die hat ja sowieso ihre Vorbehalte gegen Snape. Genau. Natürlich, weil sie gegen jeden Todesser was hat, der sich nicht quasi offen zu Voldemort gestellt hat. Aber ich glaube, er überzeugt natürlich auch mit seiner, mit seinem Selbstbewusstsein. Also er ist ja selber so überzeugt von sich und bringt das ja einfach so sehr klar rüber. Ja, genau. Und auch dann die Tatsache, wie sehr Voldemort ihm vertraut. Also dass diese Mission von Draco ja eigentlich total streng geheim ist. Und Snape das aber eh vorher schon wusste von Voldemort. Und das zeigt ja Bellatrix auch schon, boah, okay, krass, die sind wirklich super eng. Ja, genau. Und da spielt er natürlich auch vielleicht ein bisschen Neid mit bei ihr, ne? Ein bisschen, ich denke auch, dass ich ihn nochmal auf dem Zahn fühlen wollte, ob er es wirklich wert ist quasi, ja. In diesem Schuljahr bekommt er dann ja auch endlich seinen Traumjob als Verteidigung gegen die dunkle Künstelehrer. Das stimmt ihn anscheinend auch ein bisschen milde, denn er ist nicht mehr ganz so ein schlechter Lehrer und erlaubt Hermine sogar mal eine Frage zu beantworten, ohne ihr Punkte abzuziehen. Ich habe nochmal eine Frage. Also Snape hat ja diesen Job nicht bekommen, weil Dumbledore die ganze Zeit wollte, dass er nicht nur ein Jahr quasi dieses Fach unterrichtet. Jetzt weiß Dumbledore, dass er sterben wird und jetzt ist es ihm egal, was mit Snape danach passiert. Ja, jetzt ist ja eh klar, Snape wird ihn umbringen und dadurch ist er ein Verräter in Hogwarts und dadurch muss er sowieso so oder so gehen. Und dann denkt er, haben die sich vielleicht auch verhandelt und dann hat Snape gesagt, aber dann musst du mir jetzt endlich diese Stelle geben und dann sagt Dumbledore, na gut. Ja, aber also ehrlich. Als Belohnung quasi. Ja, super. Ich bin begeistert, ehrlich. Total bescheuert. Das ist wirklich bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Ja, meine Lieblingsstelle in Snapes Unterricht ist übrigens, als Harry irgendwie mit ihm redet und Snape ihn dann ständig korrigiert, dass er ihn doch Sir nennen soll. Und Harry dann sagt, sie brauchen nicht Sir zu mir zu sagen. Das ist richtig geil. Da ist er richtig gewitzt, der liebe Harry. Ja, das stimmt. Ich meine, Snape ist natürlich auch ganz schön skeptisch, weil Harry ja das Zaubertränkebuch von Snape hat und dadurch plötzlich zu Slughorns bestem Schüler wird. Und das passt natürlich nicht so in Snapes Vorstellung. Im Frühjahr trifft sich Snape dann mit Dumbledore im Verbotenen Wald. Was ist das denn, ey? Was ist mit dem Verbotenen Wald? Ist das der geheime Ort, um geheime Gespräche zu führen? Ich weiß es ja nicht. Vor allem Dumbledore hat ein Büro, Snape hat ein Büro. Warum im Wald? Ich weiß es auch nicht. Und sie werden ja dann auch prompt von Hagrid belauscht. Total bescheuert. Irgendwie hätte man ja mit rechnen können. Ja, Snape ist auf jeden Fall wütend, weil es in seinen Augen den Anschein hat, als würde Dumbledore Harry mehr vertrauen als eben Snape. Ja, er zweifelt auch an dieser Aufgabe. Er will die nicht mehr übernehmen, ne? Genau. Und von da an beschließt dann Dumbledore, dass Snape sich nur noch um die Belange von Draco kümmern soll. Und ist dann quasi befreit von dieser Mörderaufgabe, Harry zu beschützen oder? Also was? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich finde es auf jeden Fall krass, weil damit impliziert er ja irgendwo oder für mich kommt es zumindest so rüber, als würde Snape nie von den Horcruxen erfahren und auch nicht, wofür das Schwert von Gryffindor gebraucht wird. Ich meine, jeder kennt von Dumbledore ja irgendwie nur so einen Teil der Wahrheit. Aber ich glaube, du vertraust Harry mehr als mir, weil da geht es ja darum, dass Dumbledore diese Einzelstunden für Harry macht und die auf die Horcrux suchen gehen. Und wenn er das Snape nicht erzählt, heißt es ja eigentlich, dass Snape davon nichts weiß. Vielleicht aus Schutz, damit Snape nicht immer zu viele Informationen hat, weil Dumbledore ihn ja trotzdem immer in die Höhle des Löwen laufen lässt, wenn Snape zu Voldemort geht. Ja, und andererseits weiß Snape ja auch von dieser Verletzung an der Hand, aber da kann es natürlich auch eine andere Geschichte dahinter stecken, die Dumbledore ihm erzählt hat. Aber trotzdem, er hätte ja die Background-Story dazu erzählen können, aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ein Schutz ist, damit Snape nicht so viele Informationen bekommt. Ja, genau, das denke ich auch. Und es ist halt so typisch Dumbledore, er erzählt halt jedem nur so einen Teil. Genau, also das, was er quasi wissen muss, um ihn bei Laune zu halten, damit er noch das macht, was Dumbledore will. Ja, wobei Snapes Lust, Dumbledore in der Form zu unterstützen, ja gerade so ein bisschen bröckelt, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja, und deswegen wird er ja dann auch nochmal zu Dumbledore ins Büro eingeladen. Und da wird ihm dann ja auch der ganze Plan erläutert, also alles, was Dumbledore vorhat und zwar auch, dass Harry sterben muss am Ende. Und darauf findet Snape natürlich total sauer, weil Dumbledore ihm aufgetragen hat, Harry zu beschützen, nur damit er ihn dann am Ende, ja wie ein Schwein quasi zum Schlachten aufgezogen hat. Und in der gleichen Situation beweist der Dumbledore ja dann auch noch, dass er nach all diesen Jahren immer noch Lillys Hirschkuh als Patronus hat und zeigt somit immer noch seine Liebe. After all this time. Always. Also wir haben ja nicht so viele nette Sachen zu Snape zu sagen, weil er einfach kein netter Mensch ist, aber für alle Romantiker unter euch, ich finde es auch schön. Und das ist wirklich auch kitschig und süß und sweet. Nein, das ist so eine Besessenheit, ich finde es nicht schön. Aber wenn man jetzt mal dieses krank und besessen weglässt und dann nur diese Love-Story sieht und diese verletzte Seele, die Snape hat, dann ist das wirklich ein bisschen schön. Ja, genau. Dann finde ich das schon schön. Ja, ich nicht. Ja, ich weiß. Ich kann leider von diesem kranken Besessen nicht absehen und ich finde es absolut strange. Kein Problem. Ja, ich meine, es ist natürlich das, was Snape ausmacht, dass er lieben kann und das ist ja auf jeden Fall was Gutes. Dass seine Liebe in meinen Augen irgendwie Grenzen überschreitet, das ist eine andere Geschichte. Genau. Später muss Snape dann noch Dracos Wunden heilen, die Harry, Draco ja zugefügt hat mit Snape, selbst erfundenem Zauberspruch. Und Snape versteht, dass Harry sein Zaubertränkebuch haben muss. Ich glaube, er fordert ihn sogar auf, es rauszurücken. Ja, das ist meine Lieblingsstelle. Aber Harry übergibt Snape dann stattdessen das von Ron. Ja. Und in Rons Buch steht drin, dass das Buch Ronald Waschlapp gehört. Ja, weil da diese komische Rechtschreibefehler da benutzt worden ist, die nicht Rechtschreibefehler kontrolliert. Ja, die ist irgendwie schon kaputt von Fred und George und dann funktioniert die irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann fragt nämlich Snape auch sowas von wegen, warum steht hier drin, dass das Buch Ronald Waschlapp gehört und Harry sagt, so nenn mich meine Freunde. So ein Scheiß, weil Roland Waschlapp ist doch schon sehr nah an Ronald Weasley. Ja, vor allem, warum sollten deine Freunde dich so nennen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und selbst wenn, warum sollst du das dann in dein Buch schreiben? Eben, das ist ein normales Unterrichtsding. Da ist so ein bisschen Förmlichkeit vielleicht angebracht. Total geil. Ich meine aber, Snape kann es nun mal nicht beweisen und deswegen gibt der Harry dann Nachsitzen. Aber immerhin verrät er Harry ja auch nicht an Slughorn oder McGonagall. Also ich meine, diese ganze Geschichte mit Draco ist natürlich schon eine harte Nummer. Ja, das ist ja eigentlich dunkle Magie, die er da benutzt, ne? Ja, aber ziemlich dunkle Magie, würde ich sagen. Weil das ja immerhin, schlitzt ja deinen ganzen Körper auf und Blut ist dann überall. Ja, und es ist ja auch ein Glück, weil nur Snape kennt ja auch diesen Gegenfluch. Ja, weil Georges Ohr kommt nämlich nicht zurück. Genau. Und das ist ja nur, weil Snape das eben kann, weil er den Spruch eben auch erfunden hat. Und ich finde es übrigens ein bisschen strange, dass Harry die Handschrift seines Lehrers nicht erkennt. Er hat, Snape jetzt schon seit fünf, sechs Jahren im Unterricht und benutzt dieses Buch jetzt ja auch irgendwie täglich, dass ihm da keine Parallele irgendwie mal entgegenkommt. Ja, ich muss mir mal gerade überlegen. Also ich weiß nicht, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie ich geschrieben habe. Wobei deine Schrift ist immer noch wie früher. Deine doch auch, oder nicht? Weiß ich nicht. So ein bisschen erwachsener vielleicht. Nee, meine, ich weiß nicht, ich kann schön schreiben. Doch, ich weiß noch genau, wie deine Schrift ist. Ich weiß es noch ganz genau. Ich kann schön schreiben tatsächlich, aber ich kann auch, das mache ich aber schon seit Jahren, ich gewöhne mir manchmal dieses Computer-A an und manchmal dieses… Ja, das hast du früher schon immer gar nicht mal gemacht. Ja, das mache ich immer so. Ich wechsle das so alle zwei, drei Jahre. Und jetzt, vor allem jetzt im Beruf und so, ich schreibe nicht mehr so viel mit der Hand. Und deshalb in der Schulzeit habe ich zwei Tage später konnte ich das A wechseln. Jetzt brauche ich dafür einen Monat. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir auch immer Füller getauscht haben. Das stimmt. Wir haben sowieso viel getauscht. Ja. Wir sind bescheuert, ja. Später kommt es dann ja zu der Szene auf dem Astronomie-Turm, wo Snape dann wirklich Dumbledore auf seine Bitte hin umbringt und seinen Auftrag somit erfüllt, um Draco das Ganze zu ersparen. Kurz und knackig. Harry ist danach ja dann auch sehr wütend auf Snape und jagt Snape auch, was ich auch irgendwie fast ein bisschen albern finde, weil der Kampf auch super einseitig ist. Snape blockt Harrys Zaubersprüche eigentlich nur so ganz mühelos und Harry ist dann aber so ein bisschen provokant unterwegs. Irgendwann wird es Snape dann auch einfach zu viel und er schlägt mit einem Fluch zurück und Harry fällt zu Boden. Ja, das ist ja, weil Harry Flüche aus dem Buch vom Halbblutprinzen eben benutzt und Snape ihm daraufhin erklärt, dass er selbst der Halbblutprinz ist und er nicht seine Sprüche gegen ihn selbst verwenden soll. Und daraufhin nennt Harry ihn dann ein Feigling und dann rastet Snape komplett aus. Ja, ich finde es okay. Ja, ich meine, er hat immerhin die letzten zwei Jahre seines Lebens riskiert und als Doppelagent gearbeitet, ne? Ja, und nicht nur das. Und ich finde auch, dass Harry aufhören sollte, fremde Flüche zu benutzen, ohne zu wissen, was da genau passiert. Was soll das denn? Denn benutzt sonst immer Expelliarmus und plötzlich im sechsten Teil sieht er so ein Buch und denkt sich so, das probiere ich jetzt alles mal aus. Das sieht nach dunkler Magie aus. Das ist jetzt mein Ding. Weißt du, und die letzte Schlacht gegen Voldemort benutzt er auch wieder Expelliarmus. Wo ist denn da Sektum Sembra, bitte? Ja, da hat er nicht mehr sich getraut, weil Snape gesagt hat, nö, nimm das nicht. Ja, es ist ja auch richtig so. Und ich finde, da hat Snape dann auch mal recht. Und ich fände es auch lächerlich, wenn so ein Jungspund meine mühevoll ausgedachten Zaubersprüche plötzlich gegen mich verwendet und sich denkt, er wäre damit cool. Ich finde es viel schlimmer, dass Snape so ausrastet und nur weil Harry ihn Feigling nennt, wo ich mir so denke, hey, das geht da rein, da raus. Wieso muss man sich an einem Wort jetzt so festhalten? Das ist doch auch ein bisschen lächerlich. Professionale Situation für Snape. Snape wollte Dumbledore nicht umbringen. Er hat das trotzdem getan. Es ist wahrscheinlich so ein innerlicher Konflikt gewesen. Er wollte ja auch diesen unbrechbaren Schwur nicht brechen, weil sonst wäre er gestorben. Ich meine, Feigling ist er natürlich nicht. Klar. Ja, das ist auch nicht das richtige Wort. Und er wird auch wissen, dass Harry das falsch betitelt da gerade in diesem Moment. Ja, klar. Deswegen denke ich mir so, da hätte man jetzt nicht so reagieren müssen, weil er weiß es ja besser. Doch, habe ich doch gerade erklärt. Aber warum lässt man sich auf eine Diskussion mit so einem bösen Teenager ein gerade? Das weiß ich nicht, aber Snape ist einfach gerade ein bisschen überfordert und ich finde, es ist auch mal okay. Harry kann Snape dann ja auch nicht aufhalten und Snape verlässt das Schulgelände und das appariert. Genau. Ja, danach ist Snape auf jeden Fall auf der Flucht und vollends unter den Todessern. Er verrät denen und Voldemort ja dann auch den Plan, dass Harry aus dem Ligusterweg gebracht werden soll und zwar schon vor seinem Geburtstag. Ich meine, wie sehr muss er eigentlich noch seine Loyalität beweisen? Aber er hat ja auch einige Vorkehrungen getroffen. Und zwar hat er selbst, Mandanges Fletcher, die Idee mit den sieben Potters ins Gehirn gepflanzt. Ich meine, natürlich hat er danach die Erinnerung gelöscht, um seine Position zu bewahren. Aber ich dachte echt irgendwie immer, also ich hatte das irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass das Moody's Verdienst war, also das Moody, das die Idee hatte. Ja, genau, das dachte ich auch, ehrlich gesagt. Also das war dann, als ich es nachgelesen habe, nochmal so, oh, ja, stimmt. Aber vielleicht ist es im Film, ich weiß nicht, ich habe den siebten Teil wirklich nicht oft genug gesehen. Im Film ist es auf jeden Fall nicht aufgelöst, dass es Snapes war, aber ich glaube, da wird gar nicht gesagt, wer die Idee hatte. Nee, aber vielleicht. Es kommt so rüber, ne? Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es Moody's Idee war und vielleicht hat der Film da irgendwie mal einen halben Satz gesagt, ja, es war meine Idee oder so. Oder weil er das halt so vorstellt oder so. Ja, genau. Irgendwie so muss das ja sein. Stimmt. Mein Voldemort versucht ja offenbar auch Legilimens bei Snape, weil er ihn so eindringlich anschaut, aber Snape scheut ja den Augenkontakt nicht, wie so manch anderer Todesser, sondern er hält den Blick stand und verschließt offenbar seinen Geist so erfolgreich, dass Voldemort nichts merkt. Ja, er ist wahrscheinlich ultra entspannt. Ist einfach so. Keine Gedanken. Nee, ist alles weg. Das ist doch schon auffällig, oder? Ja. Naja, während der Schlacht der sieben Potters verflucht Snape ja dann versehentlich George Weasleys Ohr, als er einen Todesser abwehren wollte quasi, einen anderen Todesser. Und George verliert darauf ja unwiderruflich sein Ohr. Wir wissen außerdem, dass Snape auch im Grimmau-Place war. Dort hat er nämlich Lillys Brief, den sie an Sirius geschrieben hat, gefunden. Und er trennt da die Seite ab, die Lillys Unterschrift enthält. Und er trennt auch Lilli aus dem Foto der Potters heraus und nimmt eben beides mit. Finde ich ein bisschen stalker, aber ist okay. Ja, genau. Jetzt ist nämlich, was du gesagt hast mit dem Patronus, dass das so krank ist. Ich finde, der Patronus, der kann sich ja nicht ständig ändern, weil man sich verliebt. Ich finde es schon okay, wenn der dann, wenn man sich einmal so doll verliebt hat, dass der dann einfach dann so bleibt. Ist jetzt halt so. Ja, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen krass, weil das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ja, also Harry ist jetzt 17. Ja, und ich meine, das ist ein privater Brief an Sirius, den er doch überhaupt nicht mag. Und naja, deshalb trennt er ja auch alles ab und nimmt nicht die ganzen Briefe mit, ja. Aber ich, also das jetzt wirklich, das sehe ich jetzt auch. Es ist auch wirklich ein bisschen krank, muss man sagen. Snape wird schulierter in diesem Jahr und nutzt diese Position auch aus, um die Schüler, soweit es ihm möglich ist, gegen die Karos zu schützen, die ja jetzt auch Lehrer geworden sind. Ja, später als diese Gruppe um Ginny und Neville herum versuchen, das Schwert von Gryffindor aus Snapes Büro zu stehlen, bestraft er sie ja dann doch verhältnismäßig mild, indem er sie in den verbotenen Wald schickt, um mit Hagrid da so Sachen zu erledigen. Da hält er ja dann so ein bisschen die Hand über sie und schaut, dass es keinem super schlecht geht. Während der Zeit als Schulleiter bekommt er ja dann auch Anweisungen über das Porträt von Dumbledore, was ich irgendwie ganz cool finde. Snape weiß natürlich, dass das Schwert, was Grimger beschlagnahmt, nur ein Fake ist, denn das echte steckt ja in einem Tresor hinter Dumbledores Porträt und er gibt Bellatrix dann daraufhin auch das Fake-Schwert, welches sie in ihrem Verlies aufbewahren soll. Dumbledore trägt ihm dann ja auf, dass er das echte Schwert Harry geben soll, ohne dass dieser es weiß, woher es kommt, weil selbst wenn Harry sich auf eine Unterhaltung mit Snape eingelassen hätte, obwohl er ihn ja über alles hasst, wenn Voldemort das in Harrys Geist gelesen hätte, dann wäre es ja um Snape geschehen, deswegen darf er sich das nicht erlauben und muss halt eben diese ganze Situation so geheimnisvoll lösen. Snape versteckt nämlich das Schwert dann in Harrys Nähe, in einem zugefrorenen See, während das Triode auf ihren Reisen ist und er beschwört dann seinen Patronus, der Harry herlockt. Ron, der Harry dann ja rettet, sagt später auch, er habe jemanden im Schatten gesehen und das wird wahrscheinlich Snape gewesen sein, der noch sicher geht, dass alles wie geplant auch funktioniert. Finde ich schon krass, dass Snape die so aufspüren kann. Das kann ja sonst keiner so richtig. Finde ich auch krass. Aber das kommt ja auch daher, dass Hermine dieses Porträt von Phineas Negeles Black mitgenommen hat und das hängt ja auch im Schulleiterbüro und Snape kommuniziert nicht nur mit Dumbledore, sondern eben auch mit Black. Ja. Und deswegen haben sie eine grobe Ahnung irgendwie. Aber trotzdem krass. Aber das hängt ja in dieser Tasche rum. Ja, genau. Und die verdecken das eigentlich auch immer, damit er nicht sieht, wo die sind und so. Genau. Ja, aber er hört ja vielleicht, unterhalten die sich mal. Ja. Naja, die Schlacht beginnt dann ja erst so richtig, als Harry Ron und Hermine nach Hogwarts zurückkehren, um nach dem Diadem von Ravenclaw zu suchen. Snape kämpft ja dann auch erstmal allein gegen McGonagall, die ja dann auch in diesem Kampf schnell die Überhand gewinnen kann. Ja, und er versteckt sich hinter so Rüstungen, ne? Ja, genau. Also lächerlich. Aber später kommen ja dann auch noch die anderen Hauslehrer dazu und Snape ist dann in Angesicht dieser Hauslehrer und McGonagall gezwungen zu fliehen. Und hier ein kleiner Fact, Snape kann ohne Besen fliegen. Ja, er springt nämlich einfach aus dem Fenster dann, ne? Mhm. Das hat er offenbar von Voldemort gelernt, weil Voldemort ist eigentlich der Einzige, der das kann. Ja, aber hat er das wirklich gelernt? Vor allem, wie soll, was ist das, so komische Nachhilfestunden oder was? Der kann das einfach, weil das auch ein krasser Zauberer ist und Snape wirklich, der hat eigene dunkle Flüche erfunden. Da wird er ja wohl fliegen können ohne Zauber. Also ohne Besen. Stell dir vor, zu diesem Treffen, zu diesem Treffen im verbundenen Wald wäre Snape immer mit dem Besen geflogen, so wie Harry. Genau. Wie lächerlich. Mit diesem wehenden Umhang oder was. Aber stell dir das mal vor, so wie Voldemort so zu ihm sagt, so und jetzt musst du einfach in die Luft springen und dich erheben. Und dich entspannen. Total bescheuert. Das hat er sich ja auch wahrscheinlich erst in den letzten Jahren angeeignet, könnte ich mir vorstellen. Eben, denke ich auch. Und das ist doch immer so ein bisschen wie krasse, noch ein bisschen krasseres, also eine Mischung zwischen apparieren und sich in der Luft trotzdem bewegen. Ich weiß es nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein heavy skill, du. Ich finde es richtig cool. Ich finde, das passt zu Snape. Weißt du, mit dem Umhang und so. Ja, der ist ja eh eine Fledermaus. Wie in den Haaren. Das ist einfach super cool. Das stimmt. Ja, während der Schlacht checkt Voldemort dann ja auch irgendwann, dass ihm der Elderstab gar nicht richtig gehorcht. Und er denkt eben, dass Snape der wahre Besitzer ist. Dabei war es ja Draco, der Dumbledore als erstes entwaffnet hat. Das checkt natürlich Voldemort nicht und er lässt nach Snape suchen, um ihn umzubringen. Snape weiß ja wahrscheinlich, was ihm droht. Voldemort sagt ihm dann ja auch ziemlich direkt, dass er jetzt nicht mehr gebraucht wird. Und Snape bietet ihm dann noch so richtig unterwürfig an, dass er ja Harry zu Voldemort bringen kann und sowas. Und dafür habe ich nur eine Erklärung, weil sein letzter Auftrag von Dumbledore war ja, Harry am Ende alles zu erzählen. Harry muss wissen, dass er sterben muss. Und das ist jetzt, Snape denkt so, shit, ich sterbe gleich und ich habe es Harry nicht gesagt. Ich muss jetzt nochmal schnell zu Harry. Und deswegen bietet er das so an. Weil sonst ist es total bescheuert, die ganze Situation. Ich habe das tatsächlich vorhin nochmal überflogen gehabt. Und ich finde Snape in diesem Moment so unerträglich. Also ich finde ihn sonst ja auch nicht toll. Aber da, der winselt wirklich nur rum. Er sagt immer, oh Herr und bitte, lassen Sie mich. Ja, weil er noch diesen einen Auftrag hat. Ja, ja, genau. Aber Voldemort unterbricht ihn auch ständig. Ja, der hat gar nicht ganz andere Sorgen gerade. Und das ist halt, also ich finde es ganz schwierig zu lesen. Und weil man jetzt überlegt, Snape spielt das nur, weil er eben diesen Auftrag jetzt auch noch zu Ende führen möchte. Aber vielleicht ist es trotzdem auch gemischt mit so einer Art Überlebenswillen, weil er ja trotzdem, ich glaube nicht, dass Snape sterben will. Nee, natürlich nicht. Und er möchte vielleicht auch nicht sterben im Auftrag von Dumbledore und auch nicht Harry wegen. Ja. Ich meine, immerhin erklärt Voldemort ihm ja noch netterweise, wieso er ihn jetzt töten muss. Und er will sich ja offenbar ganz, ganz sicher gehen. Denn für ihn zählt ja offenbar nur, dass man der Besitzer ist von einem Zauberstab, wenn man den Besitzer selbst getötet hat. Nicht nur entwaffnet. Weil sonst hätte es ja gereicht, hätte er Snape einfach nur entwaffnet. Aber dann lässt er ja Nagini das tun. Und das haben wir auch schon mal drüber gesprochen in Voldemort's Folge. Es macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn, weil nachher ist jetzt noch Nagini der Herrscher über den Elder Stab. Das ist natürlich auch ein schlimmer Tod für Snape. Darf ich kurz nochmal zu dieser Entwaffnungsgeschichte kommen? Einer von euch oder eine von euch hatte mir vor kurzem geschrieben und hatte gesagt, und das wollte ich unbedingt noch mit dir teilen, war, dass es eigentlich unlogisch ist, dass Entwaffnen einen zum Meister eines Zauberstabs macht. Weil, was machst du in einem Duellierclub? Ja, klar. Die entwaffnen sich ja ständig. Weil dann würde ja Lockhart's Zauberstab Snape gehören. Und wann, also es muss ja dann nach dieser Stunde im Duellierclub nochmal ein allgemeines Entwaffnen geben, damit man sich den wieder zurückholen, entwaffnen kann. Also das ist doch Quatsch. Ja, auch in der DA, bei den DA-Treffen doch genau das Gleiche. Also für mich ist es nach wie vor, du musst den umbringen und fertig. Ja, oder wir hatten mal gesagt, so außer Gefecht setzen. Ja, also es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Also wirklich. Naja, Snape kann durch dieses Gift von Nagini einfach auch nicht mehr zu Ende sprechen, lässt Harry aber dann so eine Erinnerung frei und deutet ihm quasi an, dass er sie mitnehmen soll. Also diese Erinnerung. Und das macht Harry auch. Er sagt Harry noch einmal so, sieh mir noch einmal in die Augen, damit er quasi stirbt. mit Lillys Augen im Blick. Ja, genau. Ja, also gestört, aber okay. Naja. Harry sieht sich ja dann auch Snapes Erinnerung an und das macht er in Dumbledore's Denkarium. Und das ist eine Erinnerung von Snapes Kindheit über Snapes Leben von Anfang bis zum Ende. Also es klärt quasi eigentlich alles nochmal auf. Das ist quasi dieser Auftrag, den Snape mit dieser Erinnerung zu Ende führt. Also Harry weiß danach alles. Genau, eigentlich war der Auftrag von Dumbledore, Harry muss erfahren, warum er am Ende selbst sterben muss. Ja. Dass er quasi selbst diesen Weg gehen muss. Das war eigentlich Dumbledores Auftrag. Snape hat das nochmal für eine kleine Autobiografie benutzt. Und einfach nochmal seinen eigenen Namen nochmal reingewaschen und gesagt, wenn er das wissen, dann soll er alles wissen und hat nochmal alles reingegeben, was es gab. Warum auch immer, einfach nur damit wir wissen, dass Snape doch noch mit Lillie verliebt war. Genau. Das sind ja auch teilweise wirklich dann diese Erinnerungen, wo er mit Mandanges redet. Genau. Also wirklich jedes Pimperlitzchen wird da nochmal aufgezählt. Da fehlt nur noch, dass Snape auch mal Pipi machen war, weißt du. Dafür hat Harry auch gerade Zeit für Snapes Leben. Ja, genau. Nee, aber das ist wirklich, das ist ein ganzes Kapitel. Einfach nur Snapes Erinnerungen. Nach seinem Tod eröffnet Harry Voldemort dann ja in diesem Kampf, dass Snapes Loyalität gar nicht bei Voldemort liegt, sondern eben bei Dumbledore. Und er erzählt ihm auch, dass Snape nie der Herr über den Älterstab gewesen ist. Also er löst das quasi auch für Voldemort nochmal komplett auf. Und er sagt Voldemort auch, dass Snape seine wahre Loyalität nur aufgrund seiner Fähigkeiten als Oklumentist vor Voldemort verbergen konnte. Also er hat quasi Snape nochmal komplett auch für Voldemort erklärt. Nicht, dass Voldemort danach gefragt hätte, aber. Ja, eben, weil Snape hat das schon gemacht und Harry dachte sich so, oh, das ist ein ganz, ganz tolles stilistisches Mittel. Das muss ich mir merken für mein Battle gegen Voldemort später. Genau. Immer dieses nette, nette Erklären. Ja, genau. Also ich glaube, Harry wollte Voldemort vorführen und, naja. Und J.K. wollte es dem Leser nochmal erklären. Ja, genau, dass wir halt verstehen, wie das alles passieren konnte. Aber ja, genau. Ja, ich meine schön und gut. Snape ist am Ende einen Heldentod gestorben und er hat natürlich sein ganzes Leben riskiert. Er hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Dumbledores Plan funktioniert und ist natürlich ein großer Teil davon, dass Voldemort gestürzt werden konnte. Aber er ist trotzdem ein fieser Lehrer und er ist trotzdem ein Fan der dunklen Künste, ein Rassist und jemand, der Macht gegenüber Schülern konsequent ausnutzt. Wieso, zur Hölle, sollte man sein Kind nach jemandem benennen, der so ist? Ich meine, man kann doch Snapes Taten auf andere Weise ehren. Zum Beispiel durch dieses Schulleiterporträt, was dann in Hogwarts hängt. Genau. Der arme Neville, ja? Genau. Der muss jetzt einen Schüler unterrichten, der Severus heißt. Was für ein Schlag ins Gesicht. Aber der Herr wird bestimmt Elby genannt. Ich finde das unmöglich, wirklich. Ich verstehe es nicht. Ich habe mir das auch nochmal überlegt und ich habe mir gedacht, was ich zu Snape abschließend sagen wollen würde und ich habe mir überlegt, es gibt Menschen, die haben Ecken und Kanten und ich finde, das soll auch so sein. Und es muss auch nicht jeder super emotional sein und es muss auch nicht jeder lieb sein und auch nicht jeder super fair, so wie so ein Cedric zum Beispiel. Aber Snape ist und bleibt bis zum Ende ein Mobber, der total auch von Vorurteilen eingenommen ist, zum Beispiel auch gegenüber Wehrwölfen. Das ist glaube ich nicht nur, weil es Lupin ist, sondern ich glaube, allgemein hat er nichts dafür übrig. Und er hat auch nie ein nettes Wort zu sagen. Kein einziges Wort ist irgendwie nett gemeint und kam von Herzen, weil er jemandem einfach nur so ein Kompliment machen wollte oder einfach mal so gute Leistung anerkennen wollte. Und ich kann verstehen, wenn man Snape für sein Können beeindruckend findet und ich kann auch verstehen, wenn man diese unendliche Liebe zu Lily irgendwie berührend findet. Ich verstehe auch, wenn man seinen Mut dafür bewundert, diesen Doppelagent zu spielen und sich so für Dumbledore aufzuopfern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser andere Teil von Snape, dieser böse Teil, für mich viel schwerer wiegt als dieses, das, was ich vorher jetzt gerade gesagt habe. In meinen Augen macht ihn das zu einem unmöglichen Charakter, den ich nicht gut finden kann. Und Snape macht ja auch, das haben wir glaube ich schon mal in der ersten Folge gesagt, keinerlei Entwicklung durch. Er ist von Anfang an verbittert. Er war es ja auch schon vor Lillys Tod, das ist ja jetzt nicht nur gekommen, weil sie gestorben ist, sondern er war es auch vorher schon. Aber spätestens mit ihrem Tod ist er ja dann komplett stehen geblieben, da passiert ja gar nichts mehr. Und er treibt sein Leben ja auch nicht voran. Also das Einzige, was er ja dann immer hat, ist dieses, naja, vielleicht werde ich mal Lehrer für Verteidigung gehen, die du, dann findest du, ach nee, doch nicht, ach schade. Dann ist er es, dann kann er es nicht richtig ausnutzen, dann ist er Schulleiter, kann er auch nicht ausnutzen. Also im Prinzip ist sein Leben ziemlich traurig, ziemlich einsam und tragisch, aber auch diese Tragik macht ihn für mich nicht irgendwie so zu so einer romantisierenden Person, wo ich sage, wow, das ist so spannend. Nee, weil das alles rechtfertigt nicht, wie er mit denen umgeht. Sein Leben mag noch so schlimm gewesen sein, er kann noch so bemitleidenswert sein, es rechtfertigt trotzdem nicht, wie er mit den Schülern umgeht. Fertig aus. Genau, aber was wir von Snape lernen, ist zum Beispiel diese Liebe, auch wenn die, wie du immer sagst, ein bisschen krankhaft ist, aber man muss trotzdem, dass man über alle Grenzen lieben kann und dass man Versprechen hält. Snape hält alle seine Versprechen, die er macht und das konsequent ausnahmslos. Das muss man ihm jetzt auch nochmal ganz zum Schluss anerkennen, aber für mich trotzdem nicht einer meiner Lieblingscharakter, war er nie, wird er nie sein. Und trotz einen Armen an Alan Rickman, er hat das perfekt gemacht, aber trotzdem. Und man muss ihm natürlich auch zugestehen, er ist einfach ein sehr interessanter und vielschichtiger Charakter, weil es hat uns einfach auch schon diese lange Folge wieder gezeigt. Ganz genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abmord-Vibes. Wir haben es richtig drauf. Vielleicht sollten wir es einfach mal lassen und einfach mal enden, ohne was zu sagen. Ende. Tschüss. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, ciao. Tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ich habe den jetzt mal nicht so gesprochen wie Rufus, so als Russen. Das fand ich irgendwie nicht passend. Der ist ja auch kein Russe. Ja, deswegen. Das macht gar keinen Sinn. Ambridge ist auch keine Wienerin. Nein. Ähm, wie fangen wir jetzt eigentlich an? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ja, ja, du hast recht. Kurz verwirrt. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe nichts gesagt, du hast dich jetzt selbst verwirrt. Ja, das stimmt, das passiert auch manchmal. Wo man den Besoir findet und der gegen Gegengifte hilft. Nein, der vor Giften, nein, was? Der Besoir, der gegen Gifte hilft. In dem Spiel fängt Harry dann ja zum Glück superschnell den Schatz. Den Schatz? Schnatz. Den Schnatz. Ich möchte jetzt Snape keine Liebschaft mit Ginny andichten, bitte. Nee, bitte nicht. Wir haben jetzt gar eine neue Fanfiction. Nein, 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 wir schippen die nicht. Es ist vorbei. Das ersticke ich jetzt im Keim. Okay. Genau. Und damit wird dieser Posten des Schulleiters und damit wird der Posten für Verteidigung gegen die dunklen Künste wieder frei. Und es wird nicht Snape im nächsten Jahr. Surprise, surprise. Ja. Ich finde es nämlich wichtig, dass all diese Lehrer wissen, was passiert. Die können das nicht beim Festessen genau erfahren. So übrigens, hier läuft hier auch noch Barty Crouch Senior rum. Der erzählt hier mal was. Und Ludo Backman sitzt hier auch noch. Und das sind alles Juroren. Und es, ach übrigens, kommen noch zwei Schulen hier hinzu. Snape ist bei der ersten Aufgabe allerhöchstens Zuschauer. Er war nicht im Team-Action-Turnier. Er war nicht. Er war auch nicht Gryffindor-Schüler. Um das einfach nur nochmal zu sagen. Ja. Ich habe, du bist bei der Todesszene. Stille. Ich denke. Ja, meine Denkphasen sind doch immer sehr lang. Das stimmt. Kein Problem. Ja, mach einfach. Ich guck mal, wo ich hier... Hast du denn noch irgendwas davor? Ja, ich hab noch irgendwas mit der dunklen Höhle geschrieben. Was für eine Höhle? Ich... Ja. Wenn die Harry und Dumbledore fahren. Meinst du Snapes Nasenloch oder was? Was hat das denn mit Snape zu tun? Es ist, weil ich noch geschrieben habe, wie wütend Harry auf Snape ist. Aber wir können das auch gerne weglassen. Ich finde es lächerlich, dass Snape das Schulgelände verlassen muss, um zu disaparieren. Denn, ehrlich gesagt, sehe ich Snape auch als ein Disapparator. Direkt vom Hogwarts-Gelände. Das sagt man nicht so, aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich, es gibt keinen Verb, auch kein Substantiv zu disaparieren. Aber ich wollte jetzt meinen Satz nicht umstellen. Ja, finde ich gut. Ich weiß nicht, was gemeint ist. Auf jeden Fall. Lass mich. Ja. In Harry's siebten Jahr wird Snape Schuljahr. Warte mal, es gibt kein Harry's siebtes Jahr. Was laber ich da? Das steht ja auch nicht. Aber es ist Harry's siebtes Schuljahr. Ja, aber er ist nicht in der Schule. In Neville's siebten Schuljahr. Clara, Turning Point. Sag doch einfach, später wird er. Das stimmt. Neville's siebtes Schuljahr. Die Köros sind es ja dann auch, die Voldemort beschwören, indem sie da das helle Mal aktivieren, indem sie das dunkle Mal aktivieren. Und damit ist der Kampf eröffnet. Ja.